Ist jetzt ein Marker? Auf geht's in A Twisted Tale. F12 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 F14 Visor Untertitelung des ZDF, 2020 Kapitel 1 Wo zum Teufel bin ich hier? Autsch! Mein Kopf. Ich fühle mich, als wäre ich gerade durch eine wilde Achterbahn grauscht und... Moment. Wo bin ich? Seltsam. Ich war doch eben noch im Café gewesen. Habe ich etwa einen Filmriss? Träume ich? Wo zum Teufel bin ich hier? Das sind wir! Das sind wir! Das geht los! Atlas und Luma, die träumt einen wunderschönen guten Morgen. Und Atlas, danke für den Re-Sub. Wie ich sehe, es war wieder Zeit für ein schönes Beuteklick. Ja! Danke für 66 Monate. Du darfst dir die Fibonacci-Folge irgendwo in die Gummizelle ritzen. Dankeschön. Ja, der Zauberwürfel ist vereinfacht. Definitiv. Dieser Würfel. Ich könnte schwören, ich hatte ihn eben noch in den Händen gehalten. Ist er etwa... etwa an all dem hier schuld? Blödsinn, Vio. Verdammt! Hör auf, Selbstgespräche zu führen! Nein, das ist gut so, Vio. Machen wir weiter Selbstgespräche. Autsch! Verdammt! Das Teil glüht ja. So heiß wie der ist, werde ich den nicht nochmal anfassen. Schade. Warum? So, warte. Ich bin aber überlegen, ob wir die Stimme marginal leiser machen. Ich bin Vio. Mal gucken, ob das so funktioniert. Laden, Speicher, hoch. Ah. Okay, Escape ist ein bisschen verzögert, alles klar. Ich fasse ihn nochmal an. Niemals. Daran verbrenne ich mir nur die Pfoten. Vielleicht jetzt? Niemals. Daran verbrenne ich mir nur die Pfoten. Die Retrofond anmachen. Können wir mal gucken, ob das einfach geht. Niemals. Daran verbrenne ich mir nur die Pfoten. Lieber die Fond? Mir ist es egal, ehrlich gesagt. Also ich... Mir gefallen beide. Und Strauchy. Ich nehme mal die Originale, die Standard. Ja? Hat sich was geändert? Ja, na klar. Die Schrift sieht ein bisschen anders aus. Hier. Die Schrift. Da, wo seltsamer Würfel steht. Oder Pilze. Ihr merkt keinen Unterschied? Was ist denn mit euren Augen? Genau, Retro hat keine Serifen und sowas. Das ist halt... Die ist halt wie so eine Schreibmaschine. Hä, das sieht man doch. Shit! Ja, das lasse ich durchgehen. Das ist in Ordnung. Dumm und Neo, schönen guten Morgen. Strauchy hatte ich, ne? Peter, moin. Es ist noch morgen, sorry. Was ist so marginal? Ja, na, es ist jetzt nicht ein extremer Unterschied. So, na gut. Was haben wir hier, Pilze? Auf dem Baum wachsen kleine Pilze. Niedlich. Au, oh. Mitnehmen kann ich offensichtlich nicht, doch. Nein. Ich habe zwar nicht viel Ahnung von Pilzen, aber eins habe ich gelernt. Rot mit weißen Punkten, niemals anfassen. Doch, fass mal an. Nein. Ich habe zwar nicht viel Ahnung von Pilzen, aber eins habe ich gelernt. Rot mit weißen Punkten, niemals anfassen. Oh, Mennoe. Moin war Varela Silent. Tiefer im Wald. Die Bäume sehen sehr alt aus. Der Wald ist sehr dicht. Am besten gehe ich nicht tiefer hinein. Okay. Was, Höhle? Okay, habe ich nicht für voll genommen. Baum mit Höhle. Baum. Ein ganz normaler Baum. In einem ganz normalen Wald. Hoffentlich. Na klar. Moin, Roscoe. Ein Stock. Ein Stock. Er sieht nicht besonders stabil aus. Na und? Ich will den trotzdem. Ich habe als Kind oft Stöcke gesammelt. Meine Mutter war darüber selten begeistert. Tja, den hier nimmt mir jetzt niemand mehr weg. Ha. Ich habe einen Stock. Wie benutze ich? Kann ich den Stock benutzen? Wie kann ich auf meinen... Wo ist das Inventar? Ich habe einen Stock. Ich will ihn benutzen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie. Ah. Ah. Das überlege ich mir besser nochmal. Was? Wenigstens mal dran rumstochern. Das überlege ich mir besser nochmal. Hm, leider nicht. Was ist das? Eine Blume. Sie sieht sehr exotisch aus. Und hübsch? Anfassen. Geht nicht. Sie lässt sich nicht pflücken. Ähm, nein. Wozu? Ich weiß doch auch nicht. Einfach weil. Seltsamer Baum. Ein ganz normaler Baum. In einem ganz normalen Wald. Hoffentlich. Na, weiß ich nicht. Der sieht schon ein bisschen anders aus von der Form her. Oder? Also, der sieht ja fast aus wie so eine Alraune unten, die Wurzel. Hm, zack, bald leer gelootet. Ha, noch einen Fisch und fertig ist der Stockfisch. Ah, was ist denn das? Ich habe noch nie so eine Blume gesehen. Wäre das ja eine Dokumentation oder einen Sci-Fi-Film, würde ich sie richtig spannend und toll finden. Aber da dies nicht der Fall ist, sie ist rot mit weißen Punkten und ich halte mich besser von ihr fern. Anfassen. Nur mal kurz, bitte. Oder können wir die vielleicht stocken? Das überlege ich mir besser nochmal. Schade, können wir nicht. Na gut, dann nicht. Baum. Mit Höhle. Der Baum sieht aus, als hätte er eine kleine Höhle unten am Stamm. Ja. Ja, Kalana. Ich kann nichts sehen. Es ist viel zu dunkel da drin. Ja, können wir denn jetzt den Stock am Würfel anzünden? Ähm, nein. Wozu? Nein, wozu auch. Gut. Habe ich, äh, sehe ich ein. War eine dumme Idee. So, ist sonst noch irgendwas, was ich übersehe? Nö, ne? Hoffentlich. Okay. Dann gehen wir mal, äh, nach da. Hey, Dinkelkeks. Was zum... Okay. Ganz vorsichtig. Hier scheint es sehr tief hinunter zu gehen. Okay. Viele Wolken. Das, das... Okay, Vio. Tief durchatmen. Denken. Ich glaube, irgendwas Schlimmes ist passiert. Entweder liege ich irgendwo und habe den Rausch meines Lebens, oder ich stecke halbtot im Koma. Oder ich bin verrückt geworden. Ja, das mag es sein. Verrückt. Verrückt? Ich meine, da ist eine fliegende Stadt. Und Inseln. Einfach so. Und ich stehe hier und führe Selbstgespräche. Was ist da los mit mir? Wo bin ich? Ja, du machst das ganz toll, Vio. Fantastisch. Hallo, Colarida. Avatar? Ja, nee, Avatar hat vorhin Twisted Tail geklaut. So rum ist richtig. Twisted Tail war vorher da. Der Boden ist voller Risse. Es sieht aus, als würde nach und nach etwas wegbröckeln. Nicht gerade vertrauenserweckend und noch weniger angenehm, wenn man die Gesamtumstände betrachtet. Ach ja. Ich könnte es wagen und einfach hinunterspringen. Irgendwo habe ich irgendwie mal gehört, dass man auf diese Weise Träume beenden kann. Aber irgendwie ist da eine Stimme in mir, die mir sagt, tu's nicht. Tu's nicht. Tu's nicht. Ja, die Synchro ist wirklich großartig. Die ist sehr, sehr gut gelungen. Tu's nicht. Du, ferne Stadt? Ich muss verrückt sein, aber ich sehe eine schwebende Stadt. Drüben, auf dieser fliegenden Insel. Wenn man mal außer Acht lässt, wie durchgeknallt diese Tatsache ist, könnte man fast begeistert und euphorisch sein. Da sind immer noch Wolken. Weiße, flauschige Wolken ziehen kaum merklich über den tiefblauen Himmel. Irgendwie romantisch. Ah, romantisch. Schön. Gut, habe ich mir alles angeguckt? Ich hoffe. Können wir denn mit dem Stock in den Rissen pulen? Ich halte das für eine großartige Idee. Das überlege ich mir besser nochmal. Gut. Dann nicht. Eine Brücke führt von hier zu den schwebenden Inseln. Sie sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus, aber welche Hängebrücke tut das schon? Wo auch immer ich bin, also ich meine, wo auch immer ich gerade wirklich bin, ändern kann ich das jetzt auch nicht. Solange mein wahres Ich nicht wach wird, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mir die Zeit zu vertrödeln. Wobei, vielleicht ist das hier ja doch mein wahres Ich? Ähm, egal. Also, dann mal los. Schwebende Stadt. Ich komme. Yay! Da sitzt jemand und angelt. Moment. Da sitzt jemand und angelt direkt an einem Abgrund. Irgendwo. In den Wolken. Ohne Wasser darunter. Okay. Bio. Tief durchatmen. Hatte die Chance, den Riss als Spalt zu definieren und hat es nicht getan. Nein. Das stimmt eigentlich, ne? Fatal. So, was haben wir denn hier alles? Entferntes Haus. Rummelig aussehender Angler. Lass mal die Brücke angucken. Die Brücke hat keine Brüstung. Sie ist sehr schmal und insgesamt nicht sehr vertrauenserweckend. Genau das Richtige für einen Ort, irgendwo weit oben in den Wolken. Ja. Ich würde mich sehr wohl fühlen. Das Haus sieht etwas mitgenommen aus. Der Putz blättert ab und es ist etwas schief. Wobei, das ist alles hier irgendwie. Die Tür steht offen und der Weg dorthin ist noch schlimmer als die Brücke hier. Ich weiß nicht, was sie hat. Blaugrüne Steine. Kleine blaugrüne Steine. Sie sehen sehr hübsch aus und ihre Farbe scheint im Licht ein wenig zu variieren. Oh, können wir die mitnehmen? Nee, ne? Schade. Oh Mann. Können wir die abholen? Es muss eine bessere Lösung geben. Schade. Schade. Axtfinger, schönen guten Morgen. Okay, äh, Abgrund. Ich trau mich nicht hinunterzuschauen, sonst kann ich keinen Schritt mehr gehen. Aber soweit ich es aus den Augenwinkeln beurteilen kann, geht es sehr, sehr, sehr weit hinab. Zumindest scheinen nur Wolken um uns herum zu sein. Wunderbarstens Himmel. Wolken über Wolken. Ich trau mich gar nicht hinabzuschauen. Ja, guck halt hoch. Ist ja kein Problem. Eimer. Ein Eimer mit Wasser. Ein Eimer mit Wasser. Darf ich jetzt nicht nehmen, ne? Schade. Er sitzt seelenruhig da. Als wäre das etwas vollkommen Normales, an einem Abgrund irgendwo hoch oben in der Luft zu sitzen und zu angeln. Als würde er seit vielen Jahren Tag für Tag hierher kommen und nichts weiter zu tun als das. Ähm. Hallo? Schade. Hm? Wenn du so rumschreist, verscheufst du sie noch. Wen denn? Noch was zu den Kapiteln können also beplayt on their own. It's a bit like a vampire story of who unfortunately there were never any sequels or the Deponia series. Na, dann ist da alles klar. Verscheuchen? Was sollte ich denn verscheuchen? Du bist wohl nicht von hier, was? Ich angle Vögel. Was sonst? Vögel? Natürlich! Vögel! Federviecher! Sag mir nicht, du weißt nicht, was das ist. Bist wohl ein bisschen zu oft auf den Kopf gefallen, was? Oder hat dich deine Mutter einfach zu selten zum Spielen rausgelassen? Nett. Äh... Und, beißen sie heute an? Sieht es etwa danach aus? Ähm... Siehst du hier, irgendwo, einen schönen fetten Vogel? Nein. Meinst du, ich würde hier rumsitzen und meine Zeit vertrödeln, wenn es so wäre? In meinem Alter hat man nicht mehr so viel Zeit über, um sie sinnlos zu vertrödeln, weißt du? Ach nein, weißt du natürlich nicht. Ihr Jungsbunde glaubt das zwar, aber die Weisheit mit Löffeln habt ihr noch lange nicht gefressen. Das war nämlich damals Pastinake. Oder Bio-Karotte. Kommt auf den Jahrgang an. Nein, sie beißen nicht an. Sonst wäre ich längst bei meiner Betty. Betty. Wer ist Betty? Ah, können wir ihn verbittert nennen? Vor allem, was ist ja nicht ganz... Eben, der Eimer Wasser. Genau das wollte ich gerade sagen, Strauchy. Das irritiert mich völlig. Wenn der Vögel angelt, warum der Wassereimer? Stopft er dann... Also ertränkt er dann die Vögel? Wasservögel. Für die Köder. Ich weiß es nicht. Ist ja nur ein Eimer mit Wasser. Ist ja nicht ein Eimer mit Wasser und Ködern. Es gibt ja auch fliegende Fische. Aber er nennt sie doch... Er sagt doch Vögel. Federvieh. Er hat nichts von fliegende Fische, hat er ja nicht gesagt. Genau, einfacher trinken. Er hat ja vielleicht Durst. Hm. Jotking, denke für den Follower. Man weiß es nicht. Gut, äh... Ich bin nicht von hier. Mein Beileid. Ähm, danke. Was keine Einladung zum Bleiben bedeuten soll. Was ich eigentlich fragen wollte, wo bin ich hier? Hier? Ist die Frage ernst gemeint? In Utopia natürlich. Utopia? Utopia? Natürlich nicht. Gab's einem wohl wirklich alles, was? Hör mal. Du musst schon ein bisschen mehr hinterfragen. Sonst wird das nichts mit dir und dem Leben. Also ist das hier nicht, Utopia. Natürlich nicht. Lass dir nicht so einen Truthahn aufbinden. Wir sind hier in Untersteig. Sei froh, dass du nicht in Obersteig gelandet bist seinerzeit. Als es noch da war, hielten sich immer für was Besseres. Diese Schnösel. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt nicht nach dem Warum fragen sollte. Was hast du gesagt? Ich? Nein, nichts. Gut. Du verscheust nämlich sonst die Vögel. Ja. Ja, natürlich. In Untersteig sind wir nicht. In Obersteig damals, als es noch da war, wo die ganzen Schlösel waren. Mhm. Hier ist es nicht wirklich Wasser aus St. Chloe. Er fährt so blöd in einmal Wasser auszukippen, deswegen nimmt er ihn überall mit hin. Auch das wäre denkbar. Mhm. Ich gehe da mal weiter. Tu das. Aber bitte leise. Wir gehen leise. Kann ich denn? Nö, nö. Nein. Das überlege ich mir besser nochmal. Er will auch keinen Stock, schade. Ähm, nein. Wozu? Was weiß ich denn? Einfach, weil es geht? Gut, gehen wir mal da hin. Komm nur herein. Die Tür steht offen. Ähm. Hallo. Oh. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Ach nein. Alles gut. Komm ruhig herein. Ich mache gerade die Nägel. Und hier passiert in der Regel nicht viel. Natürlich. Aber natürlich. E-Gestaltungsliebe. Ein Fischglas mit einem kleinen Fisch darin. Oh, du bist ja ein süßes Ding. Aber irgendwie sieht es ein bisschen leer und einsam aus da drin. Okay. Ein kleiner Topf mit einem Kaktus und eine kleine Lampe hängen von einem Seil hinunter. Süße Idee. Tischlerherz blutet, wenn nichts synchron aussieht. Hä? Wieso? So viele Kakteen. Sie scheinen sich hier sehr wohl zu fühlen. Sehr gut. Ein Seestern. Ob er wohl echt ist? Man weiß es nicht. Die Tür hat sich, wie das ganze Haus, ziemlich verbogen. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch funktioniert. Zumindest glaube ich, dass sie noch funktioniert. Ja, das müssten wir erst mal aber prüfen. Weiß es ja nicht. Ein Kaktus mit großen, spitzen Stacheln. Er erinnert mich an den, den ich zu Hause habe. Er war anfangs ganz winzig, wurde aber irgendwann so groß, dass er umgeknickt ist. Leider stand er auf meinem Schreibtisch und fiel mir dabei entgegen. Also habe ich ihn gekürzt und nun ist er wieder winzig. Besser, ich fasse ihn nicht an. Eine Kaktus-Stachel-Erfahrung reicht mir. Okay. Ein Stapel Blumentöpfe. Sie sind leer. Eine kleine Gießkanne. Sie ist sicherlich für die ganzen Kakteen hier. Vermutlich. Hallo, Himori. Ah. Ein Kerzenleuchter mit zwei Kerzen. Der sieht ein bisschen aus wie der aus die Schöne und das Biest. Find nur ich das? Eine kleine Dose Fischfutter. Ich kann einem kleinen, hilflosen Fisch doch nicht sein Futter stehlen. Danke fürs Raussuchen, Onkel. Jumier, genau. Genau, irgendwie so heißt der doch. Atemgeil, ja. An der Wand klafft ein Loch. Der Putz scheint abgefallen zu sein. Ein Wunder, dass das Mauerwerk trotzdem zusammenzuhalten scheint. Okay, Bilder mit Fischen. Bilder mit Fischen. Soweit ich erkennen kann, sind es verschiedene Fischarten. Aber ich bin kein Spezialist in diesem Thema. Und Bild mit Kaktus. Ein Bild mit einem Kaktus. Er scheint seinem Besitzer sehr ans Herz gewachsen zu sein. Ja, das ist ein wichtiger Kaktus. Kiste. Sieht aus wie eine alte Kiste. Darauf stehen einige Sachen herum. What? Fischhutter darf ich nicht mitnehmen, was schade ist. Ein Fischkopf, ein Fischernetz. Ein Fischernetz. Sieht aus, als könnte man damit nur sehr große Fische fangen. Hm. Ein Fischkopf. Ob er echt ist? Wobei, vielleicht will ich es auch gar nicht so genau wissen. Ah. Ein Rettungsring oder sowas in der Art. Das ist Leute, die erste Purnier hier auch gibt. Hm? Ja, fleißig beim Informationssammeln. Ja. Dafür gibt es definitiv ein extra Wienchen. Natürlich. Aber natürlich. Ein Sofakissen. Sieht kuschelig aus. Ein orangenes Sofa. Es sieht ein bisschen in die Jahre gekommen aus und scheint auf Holzplanken zu stehen. Aber meistens sind es ja die durchgeknautschesten Sofas, die am gemütlichsten sind. Hm. Das ist auch witzig, ne? Wirklich nur Holzplanken hier und dann halt hier unten und dann einfach Holz da drauf. Fertig ist das Sofa. Was haben wir hier? Ein Magazin über Pflanzen. Darf ich mir das etwas genauer anschauen? Aber natürlich. Aber nimm es bitte nicht mit. Ich bin noch nicht durch damit. Alles klar. Danke. Gärtnern, Buddeln und Kübeln. Das Fachmagazin für den engagierten Pflanzenflüsterer. Oh, hier ist eine Sonderseite. Es sieht aus, als wäre sie ein paar Mal schon geöffnet worden. Kakteen. Die stachligen Mitbewohner liegen wieder voll im Trend. Wie kombiniert man sie? Welche Sprache sprechen sie? Und welche Art passt am besten zu mir? Hier erfahren sie es. Yay. Hier erfahren wir es. Hey, da ist eine Tüte auf die Seite geklebt. Ich glaube, das sind Blumensamen. Darf ich die mitnehmen? Puh. Die Klebestreifen haben sich vom Papier gelöst. Ich stecke die Tüte schnell ein. Genau. So, ich stecke das lieber ein. Schnell. Oh, das sieht aus wie eine Anzeige. Mal sehen, was da steht. Einsames Herz? Du wirst nicht richtig gehört? Sprich durch die Blume mit unseren exklusiven Blumensamen. Die immer blühende Ewigrose Caruso ist genau das Richtige, wenn du jemandem deine wahre Anerkennung zeigen möchtest. Einfach einpflanzen, wässern und gut düngen. Wächst rapide. Yeah, rapide. Hat nicht lange gedauert bis zum ersten Diebstahl. Was? Das ist abgefallen. Als ich dran rumgebibbelt hab. Hey, Hintelsa. Gärtnern, buddeln und kübeln. Achso, ja, 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 ja. Ein großes Bild mit drei verschiedenen Kakteen darauf. Sie haben bunte Töpfe. Ähm, ich meine natürlich trendige Töpfe. Ja, trendig. Bunte Töpfe mit vielen Mustern drauf. Sieht ganz hübsch aus. Aber wenn ich mir vorstelle, all diese Töpfe in diesem Haus würden so aussehen, würde ich vermutlich verrückt werden. Was? Aber wieso? Hier steht etwas. Der neue Trend kommt mit einem wilden Mustermix. Die Farben Grün und Rot gehören dabei zu den absoluten Must-Haves und passen garantiert zu jeder Pflanze. Tabus gibt's hier keine. Aufpassen sollte man aber bei der Kombination Gelb und Blau. Eine alte Weisheit warnt uns, dass dies lediglich weiblichen Schweinen gut zu Gesicht steht. Aber Pflanzenkenner wissen, dass vor allem tödliche, seltene, karnivorische Pflanzen mit diesen Farben in Verbindung gebracht werden. Gesellschaft, zu denen unsere liebsten Kakteen sicherlich nicht gehören wollen. Puh. Klingt kompliziert. Was, gelb und blau steht für karnivore Pflanzen? Karnivorische Pflanzen? Dein grüner Daumen, leben die Pflanzen im Meer oder in der Wüste? Welche? Welche? Welche jetzt? Ah, Schweine, weibliche Schweine. Hat's gesagt? Ich weiß da auch nicht. Ich, wir sind hier neu. Die Pflanzen sind zurück und machen unser Zuhause stachlich und unkompliziert. Sie verlieren keine Blätter, sie sind anspruchslos und passen garantiert in jede Einrichtung. Wenn sie genug von Urban Jungle Trend haben, liegen sie mit dem Urban Desert genau richtig. Uff. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Text wirklich lesen mag. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben's, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Kleber. Eine kleine Flasche mit Kleber. So, wie man sie benutzt, wenn man künstliche Nägel auftragen möchte. Kann ich mir was von deinen Nagelsachen ausleihen? Nein, die brauche ich noch. Entschuldige. Was? Aber wieso nicht? Ein leeres Glas. Sieht sauber aus. Kann ich mir was von deinen Nagelsachen ausleihen? Nein, die brauche ich noch. Entschuldige. Sie braucht sie noch. Eine Nagelfeile. Ich kann nichts Besonderes an ihr erkennen. Kann ich mir was von deinen Nagelsachen ausleihen? Nein, die brauche ich noch. Entschuldige. Ja, das ist schlimm. Eine kleine Kulturtasche. Sie sieht gut gefüllt aus. Okay. Mh, Sofatisch? Ein kleiner Sofatisch mit einer ganzen Menge Krimskrams drauf. Gut, dass ich nicht die einzige Person bin, die einen Hang dazu hat, kleine Tische vollzustellen. Okay. Ich glaube, ich habe alles. Ich hoffe es zumindest. Gut, dann reden wir mal mit ihr. Ihr langweilt aussehende junge Frau. Was machst du so? Ich lackiere mir die Nägel. Sie trocknen gerade. Ja, aber sonst? Sonst? Was hast du da vorgemacht? Ich habe sie blau lackiert, mit kleinen Glitzersteinchen darauf. Der letzte Schrei. Ich meine... Und in der nächsten Stunde mache ich sie pink. Pink? Sollte ich lieber Koralle nehmen? What? Du lackierst dir deine Nägel jede Stunde neu? Ja, ich lasse mir immer etwas Neues einfallen. Das klingt toll. Ja, aber wird dir das nicht irgendwann zu langweilig? Ich schaue zwischendurch den Kakteen beim Wachsen zu. Das ist meine zweite Leidenschaft. Dafür braucht man bestimmt viel Geduld. Oh, ja. Na Mensch, das ist ja mein Leben. Nägel lackieren und Kakteen beim Wachsen zugucken. Schön. Und außer Kakteen und Nägel? Warte ich. Auf das Trocknen der Nägel? Ja, und auf Hermann. Ah, davon habe ich schon mal gehört. Man nennt es auch Glückskuchen. Ist ein Sauerteig aus Weizenmehl, der Milchsäurebakterien, Hefe und ein wenig Mehl, Pflanzenöl oder Wasser enthält. Man muss ihn füttern. Ein bisschen wie ein Haustier. Hermann ist mein Mann. Oh. Ich dachte wirklich, sie meint Hermann. Also im Glas, die Regie hat ja sowas auch. Wobei ich den Ulf nenne. Nicht Hermann. Ich nenne ihn halt einfach Ulf, weil ich finde, es sieht aus wie... Ulf. Verstehe ich. Diese Wände im Gespräch. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen gebraucht für Hermann. Sorry. Ich dachte erst, das ist ernst gemeint. Aber nein, Hermann ist ihr Mann. Jeder braucht einen Hommi. Bei Atemgai hieß er Ferdinand. Schön. Bei uns, wie gesagt, ich nenne ihn Ulf. Gibt es ein Community, Ulf? Ich glaube nicht. Und wann kommt Hermann nach Hause? Wenn ich das wüsste. Ich warte schon eine Ewigkeit auf ihn. Er sitzt draußen und angelt. Du meinst, der alte Angler draußen ist ein Mann? Ja, du hast ihn bestimmt draußen gesehen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, erst nach Hause zu kommen, wenn er erfolgreich gewesen war. No judging. No judging. Das ist völlig in Ordnung. Das ist okay. Das freut mich, Golarina. Freut mich, wenn sie gefallen. Ich mag sie auch gerne. Zwei kommen noch. Wie viel ich denn habe bekommen für unseren eigenen Hermann-Ulf irgendwie? Ihr seid sehr verschieden. Findest du? Ich finde, wir sind uns recht ähnlich. Ähm, schon ein wenig. Auch wenn ich zugeben muss, dass er der Geduldige von uns beiden ist. Ich finde es so faszinierend, wie er es schafft, so lange still zu sitzen und seinen Angelhaken zu beobachten. Ach, ich wünschte, ich hätte diese Fähigkeiten auch. Wenn ich so darüber nachdenke, seid ihr euch vielleicht doch gar nicht so unähnlich. Ich wollte gerade sagen, die sitzt doch ja auch nur die ganze Zeit rum. Sie ist, ja, sie ist im Verhältnis etwas leise, das stimmt, ja. Das ist wahr. So, komm. Einzigen zwei auf der Insel, der eine angelt sich zu Tudeln, andere setzt Semi-Undar-Geschichten auf ihr Füßchen. Ah, Hermann hat bestimmt tolle andere Qualitäten. Vermisst du ihn? Ja, vor allem aber vermisse ich seine alten Geschichten. Von damals, als die Welt noch eine andere war und er all diese wundersamen Abenteuer erleben konnte. Du weißt schon, als man noch Fische fangen konnte, statt Vögel. Und du selbst möchtest keine Abenteuer erleben? Ich? Hier ist es so langweilig. Die Zeit der Abenteuer ist lange vorbei. Und außerdem Seelschlangenangriffe, Piratensaufereien, Krakendressuren. Das klingt alles so wunderbar. Aber dafür muss man sehr tapfer und erfahren sein. Und Hermann hat das alles so erlebt? Ja, er ist so unglaublich tapfer und erfahren. Ein richtiger Traum von einem Mann. Ja, total. Ein Traum von einem Mann. Wir fragen lieber nochmal nach. Und du bist dir wirklich sicher, dass er das alles so erlebt hat? Natürlich. Er hat mir so vieles davon erzählt. Hermann würde mich niemals belügen. Ja. Vielleicht will er dich nur beeindrucken. Dann wäre ja alles, was ich über ihn weiß, eine große Lüge. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. All die Abenteuer, die Erlebnisse, wie er Arme trunken wollte, vor singenden Seekühen retten wollte und doch gute Freunde verloren hat. Klingt dramatisch. Oder das Meer überquerte, mit nichts als einem Schwimmring und einer Flasche Grog. Immer auf der Hut vor gefährlichen Geisterpiraten. Abenteuerlich. Ah, er hat so unfassbar vieles erlebt. So unglaublich vieles. Mein armer Tapferer Hermann. Ich liebe ihn so sehr und all seine Erlebnisse. Wenn ich ihm zuhöre, dann habe ich das Gefühl, selbst dabei gewesen zu sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe niemals gezweifelt, dass etwas daran gelogen sein könnte. Glaubst du etwa, er erzählt mir Lügengeschichten? Nein. Nein. Ich werde mich da jetzt nicht rausnehmen. Hermann doch geklaut. Nein, vielleicht wurde Hermann diese Geschichte geklaut? Schon mal darüber nachgedacht? Hermann würde doch nicht lügen. Nein. Nein. Puh, ich hatte schon für einen Moment befürchtet. Wie dumm von mir. Hallo, Rudi. Ich schaue nachher nochmal vorbei. Nur zu. Ich warte hier sowieso. Ja, ja. Alles gut. Lass dir Zeit. Ja, was ist denn? Gut. Hermann, ich habe deine Betty kennengelernt. Mensch. Tag, Stapel. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, mach es dir gemütlich. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 26 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du kriegst... ...eine absolut nutzlose, aber mega prunkvolle Kaminumrandung? Nee. Nee. Einen Haufen nichts. Du kriegst einen Haufen nichts. Kaminumrandung gab es schon auf der 22. Mann, 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 Mann. Ähm. Das kenne ich nicht, Atemgeier. Warum lässt du sie in ihrer Illusion? Weil ich doch gar nicht weiß, ob er lügt. Vielleicht lügt er ja nicht. Hä? Deine Frau wartet auf dich. Ja, ich weiß. Aber wie ich schon sagte, ich komme nicht ohne einen ordentlichen, fetten Fang nach Hause. Aber sie vermisst dich. Und ich stehe zu meinem Wort. Ich habe Betty einen großen, fetten Vogel versprochen. Und den soll sie bekommen. Und solange das nicht passiert, bleibe ich hier sitzen, starre auf den leeren Haken und warte. Gut. Hat das mit mir mein Schatz, äh, was? Wieder beklaut? Nein, Kolibri. Ich gehe da mal weiter. Tu das. Aber bitte leise. Ja. So. Warte mal. Da. Prächtiger, vor allem prächtig. Wir haben bitte darüber reden, dass es prächtig halt auch relativ ist. Das ist wirklich ein prächtiger Vogel. Hey, Vögelchen. Danke. Ja, schönes Gespräch. Der Baum scheint sich gut mit seinen Wurzeln festzuhalten. Hm. Definitiv. Ein Wegweiser. Es scheint hier ganz schön viele davon zu geben. Der Pfeil nach links führt zu einem Antiquitätenladen. Der Pfeil nach rechts zu... Von Dunkelheit gezeichnet. Von Dunkelheit gezeichnet. Okay. Es sieht aus, als hätte es jemand einfach abgeschnitten. Wahrscheinlich ist das überhaupt ein Wunder, dass es hier noch steht. Das Sonnenlicht ist zu hell, um hineinzuschauen. Aber es scheint gut geputzt zu sein. Na. Immerhin. Ein Blumenkasten, in dem ein kleines grünes Pflänzchen wächst. Darf ich das Pflänzchen mitnehmen? Ein Blumenkasten, in dem ein kleines grünes Pflänzchen wächst. Okay. Hätte er sein können. Das Fenster steht offen, aber es ist zu hoch, um hineinzuschauen. Okay. Kann ich was reinwerfen? Nein? Okay, cool. Wir könnten jetzt zwei Antiquitäten laden oder dahinter. Was? Entfernte Insel? Die Stadt scheint auf mehrere Inseln verteilt zu sein, als wäre sie zerbrochen. Und ich kann auch nicht überall hin Wege erkennen. Hm. Das könnte natürlich auch mit, äh, mit dem oberen Teil der Stadt passiert sein, ne? Und ich kann auch mit, äh, mit dem Oberen Teil der Stadt passiert sein. Eben, cräle, vittoria, miin gode, dansa, dansa, manzulla, gentile. Ja, gut ausgezeichnet. Verdi, tutu amore. Ich höre auch richtig, das kann man sich anhören. Guten Morgen, irgendwer. Bisher noch nicht der Lift. Ja, gut ausgezeichnet. 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 Definitiv. Das ist, äh, vollkommen in Ordnung. Ein offenes Fenster. Hey, ich kann jemanden singen hören. Nein. Hallo? 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 Hm, scheint mich nicht zu hören. An der Tür klebt ein Schild. Darauf ist ein großes X bezeichnet. Hm. An der Tür... Hm. Eine Tür. Sie ist geschlossen. Mit dem Schild da dran sieht das nicht sehr einladend aus. Da liegt ein Holzbrett am Boden. Ich glaube, es soll als eine Art Türmatte herhalten, damit man nicht an regnerischen Tagen in der matschigen Wiese versinkt. Ja, gut ausgezeichnet. Hahaha. Pfff. Pfff. Das ist so schön. Du warst oben. Mein Oberloch. Tactical Nut Shot. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für zwölf Monate. Du darfst selber deine Gummizelle bestellen. Gib mir ein Käppchen, damit sie nicht so grummelig ist. Dann sorgt sie gerne dafür, dass deine Gummizelle schön sauber und ordentlich bleibt. Dankeschön. Ich klopfe mal an. Wer wagt es an meine Tür zu klopfen? Entschuldigung, ich wollte nur... In Formenier störe ich meine Probe. Noch ein Versuch. Welcher Kretin wagt ich schon wieder? Nur ganz kurz. Lass mich entfrieren. Ich übe meine Arien. Deine Idiotie ist mir zuwider. Aber ich wollte nur... Nimm dies und lass es dir eine Leere sein. Und klopfe nie wieder. Hey, das hätte mich treffen können. Vielleicht sprechen wir jetzt eine gemeinsame Sprache. Was war das überhaupt? Scheint in das Gebüsch gefallen zu sein. Soldier, vielen lieben Tag für den Recept. Danke für den zweiten Monat. Deine Gummizelle hat sich auf magische Art und Weise vergrößert. Du hast mehr Platz. Schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle. Machst du darauf gemütlich. Dankeschön. Holzbrett als Türmatte. Merke ich mir vor meinem nächsten Umzug. Was war das überhaupt? Nochmal nicht. Wir gucken. Eine Zange? Warum zum Kuckuck wirft man eine Zange aus dem Fenster? Aus dem Fundus meiner Frau? Ex-Frau. Sie hat ihr ganzes Gerümpel hier noch liegen lassen. Ich wusste doch, dass ihr unzähliges Vermächtnis irgendwann mir genugtuhen verschaffbar macht. Reizend. Reizend. Ja. Cool. Wir haben eine Zange. Das ist doch immerhin was. Ähm, nein. Wozu? Nein, du sollst sie dir da nur angucken. Eine Zange. Sie ist so rostig, dass ich sie nicht bewegen kann. Oh. Schlecht. Eine Tüte mit Blumensamen. Die Pflanze heißt Karuso. Mist. Ich bekomme die Tüte nicht auf. Was? Wie kann man denn eine Tüte nicht aufkriegen? So viel Spaß. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Schöne Deko. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie darstellen soll. Vielleicht die Wolken? Vielleicht. Vielleicht. Dann weiß es nicht. Ein alter Springbrunnen. Er ist voller Risse und sieht so aus, als wäre er schon lange nicht mehr benutzt worden. Wasser wird man hier wohl keines finden. Ja. Vermutlich. Sonst? Pflanze. Eine Pflanze wächst in den Brunnen hinein. Es scheint, als wäre er schon lange ohne Wasser. Störrische Tüte. Ein großer Busch wächst hinter dem alten Springbrunnen. So wie ich es von hier aussehen kann, hat er keine Dornen. Und auch sonst kann ich nichts Außergewöhnliches daran erkennen. Ein Wegweiser. Hoffentlich war jemand sehr gründlich. Sie sind überall verteilt. Ja, definitiv. Schädel. 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 Wahrscheinlich will ich zu variieren. Kennen wir schon? Darf ich vorstellen? Eines der Must-Haves der Saison. Bröckelputz. Zeig dein ungeniertes Mauerwerk und sei Teil des Trends. Sei dabei! Ja! No, what? Mir fällt mir nicht ein. Aber es sieht so aus, als hätte wirklich jedes Haus solche offenen Stellen hier. Naja, das gehört vielleicht einfach dazu. Das kleine Fenster da oben ist geschlossen. Mir läuft besser so. Okay, wieso besser so? Ein Fenster. Ich kann von hier aus nicht hineinschauen. Und selbst wenn, das Licht hier draußen ist sehr hell. Ich würde nur mich selbst darin sehen. Aber natürlich. Okay, das habe ich nun nicht erwartet. Oh, noch ein Kunde. Ich bin gerade beschäftigt. Aber schau dich ruhig ein bisschen um. Ich brauche hier noch einen Moment. Oh, äh, danke. Und keine Eile. Liebe den Sprecher. Kenne den Sprecher. Definitiv schon mal gehört. Schau mal, einen wunderschönen guten Tag. Hm. Das sind die beliebtesten Motive meiner Kunden. Also wenn sie lieber konventionelle, massentaugliche Tattoos bevorzugen. Für den Mehrheitsgeschmack. Für die breite Masse. Massenkompatibel. Du weißt schon. Ja, ich denke schon. Der Date aus Elix unter anderem. Ja. Wie leichtsinnig von der Dame. So ein Tattoo ist doch für die Ewigkeit. Odo Henkel. Das kann sehr gut sein. Eine Tierpfote, glaube ich. Ja, die Leute lieben es. Meistens kommen sie nach dem liebten Stubentiger und Sofawölfe ums Leben gekommen sind. Und wollen eine Erinnerung an sie. Aber die wenigsten heben eine echte Pfote auf. Also habe ich angefangen, eine standardistische Pfote als Produktiv anzubieten. Was soll ich sagen? Die Leute mögen sie sehr und erkennen keinen Unterschied zu den echten Pfoten ihrer Haustiere. Clever. Xardas, ne? Ich hatte sofort Xardas im Kopf. Das war bei mir. Instant, ja. Waren wir mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser. Herrlich. Was haben wir hier? Oh, mal was anderes. Ja, es gehört zu den erfolgreichsten Motiven. Ein sehr exotisches Zeichen. Die Bedeutung soll etwas wie Ausgeglichenheit darstellen. Es kann aber auch für Freundschaft oder den Wandel der Dinge stehen. Und nicht zuletzt für Gut und Böse. Wirklich? Davon höre ich zum ersten Mal. Ja, ohne Zweifel. Es kennen auch nicht viele Leute die wahre Bedeutung. Ich selbst war auch sehr verblüfft. Das Intro von Gothic 2, ja. Oh, das sieht aus wie das Porträt einer Frau. Besonders bei Seefahrern sehr beliebt, aber auch bei frisch getrennten Kunden. Hier ist das Motiv ein flammendes Herz. Die Flammen sind optional. Von jung bis alt sehr gefragt. Eins der beliebtesten Motive meiner Kunden. Das Motiv zeigt einen Totenkopf. Eins der beliebtesten Motive meiner Kunden. Kann ich mir vorstellen. Oh ja. Eine alte Kommode. Sie sieht noch gut in Schuss aus. Kerzen. Sie sehen schon sehr heruntergebrannt aus. Okay. Ein großes Bild von einer älteren Dame. Könnte die gleiche sein. Ja, das könnte schon sein. Eine. Eine Auszeichnung. Platz 1 des internationalen Tattoo-Top-Stechwettbewerbs in der Kategorie Expressionistische Kunst. Wow, das klingt wirklich... Echt Knorke, nicht wahr? Auf jeden Fall. Echt Knorke. Echt Knorke. Ich habe noch gar nicht in die Ecke des Bildes geguckt bisher. Hooray. Hey Redbeard. Erster Platz im überregionalen Freistil Tattoo-Wettbewerb. Die Urkunde ist auf künstlicher Haut tätowiert worden. Öl. Aus was wird so eine künstliche Haut gemacht? Aus vielen verschiedenen, sehr komplex miteinander verarbeiteten Dingen. Vor allem aber mit einer Menge Mineralöl für den besonderen Grip. Ja. Okay. Ehrenurkunde. In Anerkennung der vielen Jahre ununterbrochenen Führung eines lebensbereichernden Unternehmens. Im Namen der Städtegemeinschaft vielen Dank für dieses Engagement und die Begeisterung. Murray! Ein Totenkopf. Er sieht so echt aus. Er sieht wirklich echt aus, als würde er gleich sprechen. Sprechen? Schätzchen, ich glaube du liest zu viele Geistergeschichten. Er ist also nicht echt? Nicht, dass ich's wüsste. Ehrlich gesagt habe ich ganz verdrängt, dass er da rum steht. Er ist recht nutzlos und man sieht jedes Staubkorn da drauf. Darf ich ihn mitnehmen? Du brauchst ihn also nicht? Willst du ihn haben? Ja. Nimm ihn, bitte. Ich bin froh, wenn ich diese lästige Schädeldecke nicht mehr putzen muss. Ich nehme ihn mit. Wie nennst du ihn? Nennen? Ja. Welchen Namen gibst du ihm? Curry! Einen mit sich herumgetragenen Schädel, der einem irgendwie sympathisch ist, sollte man nicht namenlos lassen. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, also gut. Ich nenne ihn Curry. Curry? Ja, äh, stimmt was mit dem Namen nicht? Wie? Doch, doch. Nicht den Namen, den ich gewählt hätte. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und sollten auch respektiert werden. Curry! Curry! Es muss ... Ja, äh, 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 äh. Das ist Curry. Schade, dass er kein Wort herausbringt. Hm, 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 hm. ausleihen? Behalte es. Ich habe eine ganze Palette davon im Keller. Cooler Dude. Einfach cooler Dude. 100%iges Reinigungsmittel. Frei von Farb- oder Duftstoffen. Verdampft schnell. Rückstandsfrei. Vielseitig einsetzbar im Haushalt oder als Reiniger. Mit praktischem Ausgießer einfach zu dosieren. Leicht mit Wasser zu mischen. Fettlösendes Mittel. Zwei Ausrufungszeichen. Dieses Produkt kann ebenfalls zum Verdünnen oder Lösen von Farben, Lacken und Wachsen benutzt werden. Benutzung auf eigene Gefahr. Das überlege ich mir besser nochmal. Eine Schale voller äh... Das sind Reinigungstabletten für mein Schätzchen. Sie fressen garantiert jeden Belag weg. Okay. Das sind wirklich viele Reinigungstabletten. Ob es wohl auffällt, wenn ich eine davon mitnehme? Ich denke nicht. Du hörst wirklich alles, oder? Wenn du so laut Selbstgespräche führst, ist das nicht so schwer. Punkt für dich. Ja. So ist es wohl. Eine Reinigungstablette. Toll. Okay, was haben wir noch? Ein Stapel Bücher. Ein Stapel Bücher. Okay. Eine große, massive Holztruhe. Darauf stehen einige Sachen. Na, nicht mehr so viele, ehrlich gesagt. Ein Fenster, durch das etwas Sonnenlicht hineindringt. Ich kann von hier aus die Wolken sehen. Ein Bild von einer jungen Frau mit einem Tattoo auf dem Arm. Das Bild zeigt eine tätowierte Hand. Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor. Der Kunde hat es sich leicht gemacht. Er hatte eine künstliche Hand, nachdem er vor einigen Jahren den Arm bei einem Ausflug verloren hatte. Das klingt nach einem gefährlichen Ausflug. Ja, ich habe ihm auch immer gesagt, Jagdausflüge sind einfach nicht mehr zeitgemäß und verdammt gefährlich. Aber er wollte nicht aufhören mit der Steuereintreiberei. Steuereintreiberei? Irgendjemand muss ja diese Arbeit machen. Ja, es ist gefährlich. Bilder von Tattoos an irgendwelchen Leuten oder Körperteilen. Schön. Bilder von Tattoos. Okay. Das Steuereintreiber ist gefährlich. Sollte man sich sehr gut überlegen, ob man das so macht. Oh. Ich spreche ihn besser später an. Er sieht aus, als wäre er gerade sehr konzentriert. Okay. Ich habe schon so einiges gesehen, aber das ist eines der skurrilsten Dinge, die ich heute erlebt habe. Sie sieht so aus, als würde ihr das Ganze gar nichts ausmachen. Beeindruckend. Ein großer, gepolsterter Stuhl. Wer sich tätowieren lassen will, darf ihr Platz nehmen. So wie diese alte Dame. Fantastisch. Können wir mit dir reden? Entschuldigung? 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 Hallo? Sie scheint mich nicht zu hören. Noch mal? Entschuldigung? Hallo? Sie scheint mich nicht zu hören. Okay, schade. Will sie sich vielleicht mit einem Gleichaltrigen unterhalten? Ähm, nein. Wozu? Hätte ja sein können. Okay. Äh. Ein Durchgang. Halb verdeckt durch einen Vorhang. Da beginnt mein privates Reich. Zugang nicht für den Publikumsverkehr gedacht. Oh, in Ordnung. Schade. Okay. Ich spreche ihn. Ja. Gut, wir sprechen ihn nicht an. Ich glaube, wir sind hier erstmal durch. Äh. Ah. Ah, das ist schön. Null Respekt vor dem Alter dieser Raupe. Schlimm, ne? So, der fette Vogel hockt wieder dort. Ähm, nein. Wozu? Schade. Stockpieken. Das überlege ich mir besser noch mal. Nein. Reinigungsmittel drüber kippen. Es muss eine bessere Lösung geben. Ach, warte. Ähm, nein. Wozu? Hopp. War doch nur so ein Gedanke. Entschuldigung. Okay, pass auf. Können wir die Zange da reinschmeißen? Nein. Können wir die Tablette da reinwerfen? Nein. Okay. Ich bin irritiert. Dann gehen wir erstmal hier runter. Hey, Musik ist super. Der ganze Boden scheint gerissen zu sein. Das sieht sehr tief und gefährlich aus. Hoffentlich hält alles zusammen. Ein paar Steine. Ganz gewöhnliche, graue Steine. Geil. Krieg ich einen? Nehme mir einen mit. Wer weiß, für was er noch gebraucht werden kann. Geil. Ein Stein. Ein Stein. Ein Stein. Ah. Noch ein Stein? Ein Stein reicht. Ich will ja niemanden damit versenken, glaube ich. Ja. 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 Gut, sehe ich einen. Okay. Äh. Antiquitätenladen. In diese Richtung. Okay. Hi. Hallo. Oh, hallo. Na, sowas. Ein neues Gesicht. Neues Gesicht. Sag ich doch, Ben. Na, wenn sowas mal nicht eine schöne Überraschung ist. Ähm. Dankeschön. Ist doch wahr. Ein schönes neues Gesicht. Sieht jeder gern. Sieht jeder gern. Du bist bestimmt auf Reisen, was? Tourist? Das ist auch eine voll bekannte Stimme. Das ist doch eine mega bekannte Stimme. Ein Portal hat mich hierhergebracht und eigentlich will ich wieder nach Hause. Ein Portal? Du meinst sowas wie eine Vorrichtung oder Gegebenheit, die beschleunigte Reisen im Weltall, direkte Teleportation zu anderen Orten oder Reisen in Parallelwelten und Zeitreisen ermöglicht? Wow. Ich glaube, so eine konkrete Definition habe ich nicht erwartet. Aber, ähm, ja, das meine ich. Ich liebe Science-Fiction-Geschichten. Aber es ist wahr. Hör zu, uns kannst du keinen Bären aufbinden. Wir sind vielleicht keine Schlipsträger. Keine Schlipsträger. Aber ganz sicher nicht verblödet. Verblödet. Aber Humor haben wir, also nehmen wir dir das nicht krumm. Alles klar. Was macht ihr hier? Was wir hier machen? Nach was sieht es denn aus? Nun. Wir sind diejenigen, die diese vor sich hin brückelnde Stadt in Schuss halten. Ja. Also, sorgt ihr dafür, dass hier nicht alles auseinanderfällt? Ganz genau. Genau. Genau genommen befinden wir uns hier gerade auf einer Baustelle. Oh, Entschuldigung. Also darf ich hier eigentlich nicht durchlaufen? Doch, das ist schon in Ordnung. Aber den Grünstreifen dort bitte nicht betreten. Und unsere Werkzeuge bitte in Ruhe lassen. Alles klar. Okay, geht klar. Aber denken die, also ich meine, ist das wirklich der Plan, das mit Holzbrettern zusammenzuhalten? Ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, nein. Was könnt ihr mir über diesen Ort sagen? Was soll man schon dazu sagen? Das bröckelt halt alles dahin. Alles dahin. Das heißt, die Erde bricht nach und nach weg? Genau. Aber das ist doch furchtbar. Lässt sich das nicht irgendwie verhindern? Dafür ist es dauerhaft und allgemein betrachtet vermutlich längst zu spät. Längst zu spät. Aber wir verdienen gerade wahres Geld damit. Unsere Auftragslage war noch nie so gut und wir sind über Monate hinweg ausgebucht. Überall entstehen neue Risse und immer wieder brechen einzelne Teile der Inseln weg. Tom. Das klingt, als seid ihr gar nicht sehr besorgt darüber. Sind wir auch nicht. Aber. Wer seid ihr? Wer wir sind? Das ist kein Geheimnis. Ich bin Nolo. Und das ist Ben. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Vio. Ganz unsererseits. Ich bin für die Planung und Aufsicht zuständig. Und Ben ist... Er tut eben das, was getan wird. Klingt nach einer klaren Arbeitsteilung. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass solche Dinge klar strukturiert sind und einer den Plan in seinen Händen hält. Ja. Ganz genau. Einfach nicht anzweifeln. Genau. Einfach nicht anzweifeln. Die wissen, was sie da tun. Das klappt schon. Das hier sieht alles recht gefährlich aus. Ist es auch. Habt ihr nicht Angst, dass irgendwann alles abstürzt? Oder alles ganz auseinander fällt? Angst? Ach was. Man kann sein Leben doch nicht nur in Angst verbringen. Wir haben uns damit arrangiert. Wir verdienen gut daran. Ist schon in Ordnung. Schon in Ordnung. Okay. Okay. Ich muss da mal weiter. Alles klar. Wir sehen uns. Ja, was will man da auch tun? Ja. Eine Abdeckung aus Holz. Ich denke, sie soll gegen die Risse im Boden helfen. Ob das ausreichend ist? Ich weiß nicht. Natürlich nicht. Was ist das? Also, eigentlich nicht. Auf dem Erdhaufen steckt eine Schaufel. Im Moment scheint sie nicht benutzt zu werden. Auf dem Erdhaufen. Hm. Keine. Ich muss zugeben, das ist der provisorischste und klapprigste Bauzaun, den ich je gesehen habe. Danke. Echte Handarbeit. Und gut. Ähm. Gern geschehen. Ein Haufen Erde. Wohl der Aushub der Baustelle. Vermutlich. Ein Haufen Erde. Kann ich ein bisschen Dreck mitnehmen? Murray. Äh, Curry. Magst du Dreck? Das überlege ich mir besser nochmal. Nein? Okay. Curry, kein Dreck. Ein Baum. Er wächst direkt am Abgrund. Wahrscheinlich halten seine Wurzeln das halbe Erdreich zusammen. Gruselige Vorstellung. Ja. Tue ich aus. Ein Farbeimer. Die gelben Farbspritzer deuten darauf hin, dass er bereits benutzt worden ist. Betreten und berühren der Baustelle nicht gestattet. Nicht gestattet. Nicht gestattet. Mist. Betreten und berühren der Baustelle nicht gestattet. Nicht gestattet. Oh, Entschuldigung. Mist. Mist. Okay, also den Farbeimer nicht. Diese Holzbrücke sieht nicht sehr zuverlässig und sicher aus. Aber wenigstens hat sie ein Geländer. Also auf einer Seite. In Form eines Seils. Irgendwie. Yeah. Toll. Kann ich das mitnehmen? Nee, nee. Diese Holzbrücke. Also. Ja. Okay. Wir gehen da rüber. Alles schön langsam. Was ist denn das? Was ist das? Wie süß. Ein kleines Schnuss. Erinnert mich ein bisschen an diese Dinger, die man Fischen ins Aquarium stellt. Dich nehme ich mit. Wow. Haben wir einfach mitgenommen. Hi, Clean. Der Typ mit dem Hammer riesig sein muss. Ja. Das ist die große Person. Mal schauen, was da drauf steht. Touristeninformation. Hey, das sieht doch interessant aus. Aktivitäten ganzjährig in ihrer Region. Workshop. Grashalme zählen für Anfänger und Fortgeschrittene. Meditationskurs. Der Klang trocknender Farbe. Oh, geil. Steine sieben für groß und klein. Passendes Sieb ist mitzubringen. Bitte beachten Sie, nach DIN 4022 sind Steine nur Objekte über 63 Millimeter. Siehe Korngrößenklassifikation. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Für Dummies. Das klingt alles total spannend und spaßig. Hey, ihr gemeint, ist da eine Diebstahl? Was? Nein, ich leih mir das nur aus. Bestimmt. Okay. Hey, hier ist ein Bereich Nervenkitzel und Aufregendes. Interessensgemeinschaft Steuererklärung. Oh, geil. Nur für eingetragene Mitglieder. Gerne senden wir Ihnen das 25-seitige Anmeldeformulat auf Anfrage zu. Kommunikation ausschließlich über Fax. Täglicher Faxverteiler für alle Mitglieder. Geil. Mitgliedsbeitrag absetzbar. Boah. Außerdem verpassen Sie nicht das große Schneckenrennen am Wochenende. Nein. Ein Schneckenrennen. Wir müssen bis zum Wochenende hierbleiben. Und wir brauchen unbedingt das Anmeldeformular. Das ist mit Sicherheit die richtige DIN, oder? Für Steine. Die DIN-Norm DIN 4022 des Deutschen Instituts für Normung e.V. regelte die für Deutschland gültige Benennung und Beschreibung von Boden und Fels. Inhalt gliederte sie sich in drei Teile. Teil 1 befasst sich mit der Erstellung eines schlichten Verzeichnisses für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben im Boden und im Fels. In Teil 2 wurde das Schichtenverzeichnis für Bohrungen im Fels behandelt. Teil 3 beinhaltete Angaben zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben im Boden. Oh Gott. Im August 2002 wurde die DIN 4022 durch die Normen ISO 14688, ISO 14689-1 und ISO 22475-1 abgelöst. Nein! Das ist ja furchtbar. Die DIN 4022 hat im Januar 2007 offiziell ihre Gültigkeit verloren. Im Wesentlichen wurden in der Neufassung deutsche Bezeichnungen durch äquivalente englische Begriffe ersetzt. Nein! Die ISO 14688 besitzt zwei Teile, deren Inhalte sich stark an die DIN 4022 anlehnen. Die ISO 14688 beinhaltet jedoch die Benennung von Boden, die ISO 14689-1, die Benennung von Fels bei Baugrunduntersuchungen. Nicht, wichtig, nicht bei Altlastenuntersuchungen, siehe botenkundliche Kartieranleitungen. Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen werden in der ISO 22475-1 behandelt. Das ist wichtig. Inhalte. Korneinteilung. Die Norm gliedert Böden nach Korngrößenbereichen und Kornanteilen sowie Konsistenzgrenzen und organogenen Anteilen. Nachfolgende Einteilung wird von der Norm vorgenommen. Blöcke. Kurzzeichen Y. Korngröße über 200 Millimeter. Steine. Kurzzeichen X. Korngröße über 63 bis 200 Millimeter. Ein Stein ist kein Block. Das ist wichtig. Bis 200 Millimeter ist es noch ein Stein. Bei 201 Millimeter ist es was, Chad? Na? Wer hat aufgepasst, Chad? Na? Wow. Fels, Kies, äh, Fels, großer Stein. Block. Perfekt, Kolibri. Kolibri hat aufgepasst. Ampelmus ist auch schön. Ein Bienchen ins Smoothie-Heft von Kolibri. Oh, schön. Aber natürlich gibt es noch... Es gibt dann übrigens noch... Also das Kleinste ist übrigens Tonkorn. Das ist kleiner oder gleich, also bis, ja, kleiner oder gleich 0,002 Millimeter Korngröße. Schluffkorn hingegen wird übrigens unterteilt in Feinschluff, Mittelschluff und Grobschluff. Hey, Rudi. Hey, Matti. Ach, ist das schön. Ja, das sind alles wichtige Informationen. Ich würde nicht so gerne mit etwas abwerfen. Hä, wieso? Das ist doch alles voll interessant. Mit der Einführung... Oh, das ist einfach... Ne, ich höre jetzt auf. Wobei, das ist eigentlich der letzte Satz. Kornform. Mit der Einführung der ISO 14688 wurden die Begriffe für die Bezeichnung der Kornform neu definiert. Die Kornform ist bei feinkörnigen Böden, von der Mineralart, bei grobkörnigen Bögen, von der Gesteinsart sowie der Transport- und Verwitterungsgeschichte abhängig. Lange Transportwege runden die Körner zunehmend ab. Starke Verwitterung bedingt eine hohe Kornrauhigkeit. Ja, die Kornform wird nach den Aspekten Rundung, Form und Oberflächenstruktur bewertet. Nachstehende Tabelle lässt sich für Kies oder gröbere Böden anwenden. Rundung gibt es als Ausprägung scharfkantig, kantig, kantengerundet, angerundet, gerundet und gutgerundet. Als Form gibt es in der Ausprägung hingegen kubisch, flach, in Klammern plattig, länglich, in Klammern stängelig. Und für den Aspekt der Oberflächenstruktur gibt es die beiden Ausprägungen rau und glatt. Schön. Das war wirklich, das war jetzt, das war lehrreich, wissenswert, ja. Ha, das war schön. Ja. Haben wir alle mal was gelernt? Ich hoffe, ihr nehmt das jetzt in euren, in euer alltägliches Leben auf. Oder wenn ihr einfach mal mit jemandem Smalltalk halten müsst, ja, sprecht doch einfach mal darüber. Diese Holzbrücke sieht nicht sehr zuverlässig und sicher aus, aber wenigstens hat sie ein Geländer. Also, auf einer Seite, in Form eines Seils. Ja, Hit auf jeder Party, ja. Das denke ich auch. So kommt man halt auch einfach schnell ins Gespräch, ne. Da finde ich, kann man sich auch mal einfach ein bisschen länger drüber unterhalten. Schöne Schnörkel. Ah, nächste Woche Live-Steuererklärung mit Erläuterung. Hm. Ich muss es nochmal kurz wiederholen, kam später dazu. Einfach ins VOD schauen. Sag mal, hast du schon mal von der DIN 4022 gehört? Die bereits 2007 endgültig abgelöst wurde? Ha. Und ihr könnt dann sagen, ja, hab ich. Oder einfach den anderen darüber aufklären, ja. Das ist gut, denke ich. Ein großes Fenster, aber ich kann nicht hineinschauen. Es ist zu hell hier draußen. Prüfen wir mal, ob ich mein Hotelzimmer stundenieren kann. Was? The Lift? Was? Das nächste Mal, jemand brüllt Stein nicht. Ihn sagst du einfach, Moment. Jetzt müssen wir erst mal, das ist ja wichtig. Da muss man dann auch erst mal messen, sind es überhaupt Steine, ja, die da geworfen werden? Oder vielleicht sogar Blöcke? Dann würde es ja heißen, blöckt ihn. Ah, nicht blöckt ihn, blöckt. Was gut geblöckt ist, halbgekieselt. Oh, schön, ja. Ah, Passant wurde durch einen Block getroffen. Nur 15 Leute stellen sich einen Notizblock. Ach ja, gut, Schluss jetzt. Das reicht jetzt. Eine Türmatte. Scheint schon einige Tage gesehen zu haben. Sie ist ganz ausgeblichen, aber sie sieht überraschend sauber aus für eine Türmatte. Mhm. Macht im Internet auf einmal sehr viel mehr Sinn. Ich habe jemanden geblockt. Du hast dir einen Stein nach ihm geworfen. Er war größer. Ja, größer als 200 Millimeter. Sehr gut aufgepasst. Welche Diener, die Türmatte, das weiß ich nicht. Die Tür ist geschlossen und lässt sich auch nicht öffnen. Wahrscheinlich abgeschlossen. Hey, da hängt ein Schild. Darauf steht, temporär geschlossen. Und den kleinen darunter, baldmöglichst wieder für sie geöffnet. Vielen Dank für ihre Geduld. Sieht so aus, als müsste ich später wiederkommen. Okay, das können wir tun. Antiquitätenladen. Ein sehr eindeutiges Ladenschild. Ja. An einem Haken hängt ein überaus hässliches Windspiel. Ich glaube, es soll einen Vogel darstellen. Der Schnabel sieht seltsam aus. Es dreht sich gar nicht. Vielleicht kann ich es ein wenig anschubsen. Huch, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Der Schnabel ist abgefallen. Ich packe es besser schnell ein, bevor mich noch jemand sieht. Einfach einpacken. Irgendwie sieht es jetzt besser aus. Naja. Weiß ich auch nicht so genau. Moin Berenis. Wow, das nenne ich mal ein Loch im Putz. Aber das Mauerwerk darunter sieht ganz gut erhalten aus. Definitiv. Definitiv. So, ansonsten noch etwa... Nee, ne? Schnörkel hatten wir schon. Was haben wir denn jetzt hier? Windspiel-Schnabel. Huch, im Schnabel des Windspiels lag eine kleine Springfeder. Der Schnabel sieht seltsam aus. Hm. Huch, im Schnabel des Windspiels lag eine kleine Springfeder. Okay. Ja, noch nicht, was wir mit der Springfeder machen. Aber da fällt uns noch was ein. Wie süß. Ein kleines Schloss. Ich habe gerade einen glatten, kubischen, kantengerundeten Grobschluffe ins Auge bekommen. Ordnung muss sein. Ja. Ah. Ah, schön. Rind ich gut. Na? Wo Vogel, du? Der Schnabel sieht seltsam aus. Können wir eigentlich... Es muss eine bessere Lösung geben. Schade. Also, das wäre es doch jetzt hier einfach, weißt du, aus Curry, so ein Vogel nach Arm. Das ist wie... Äh... Ne, warte, will ich erstmals wie ihr? Hm. So. Hi. Wie ihr da? Was geht ab? Na? Fisch? Super. Das sieht schon besser aus. Ob da noch mehr hineinpasst? Bestimmt. Zum Beispiel Curry. Das sieht schon besser aus. Ob da noch mehr hineinpasst? Es muss eine bessere Lösung geben. Ähm, nein. Wozu? Ich weiß ja auch nicht. Ne, Jungs, Tablette ist ja wohl Quatsch. Hier, rostige Zange. Ähm, nein. Okay. Äh... Amtüte ist auch Quatsch. Den Stock? Ähm, nein. Okay. Wir müssen noch mehr sammeln für das Fischglas. Wir sammeln noch mehr Dinge für das Fischglas. Gut, wo geht's nach da hin? Geschafft. Von unten sah das gar nicht nach so vielen Stufen aus. Hier sieht das schon echt übel aus. Boah. Hey, dieses Motiv habe ich schon an anderen Stellen gesehen. Bye, Luca. Es erinnert mich ein wenig an die Wolken hier. Zufall oder Absicht? Hm. Weiß es nicht. Kann ich das mitnehmen? Nein? Erinnert mich ein... Die Wiese ist hier mit der Zeit weggetrampelt worden und stattdessen ist eine Mischung aus Matsch und Erde zurückgeblieben. Hm. Die Wiese... Kann ich da vorhin was mitnehmen? Zum Beispiel mit dem Windspiel-Schnabel. Das überlege ich mir besser nochmal. Nein. Gut. Aber Grund? Ah, das sieht weit weg aus. Bloß nicht runterschauen. Bloß nicht. Am Ende klappe ich noch zusammen und stürze ab. Okay. Ein paar Steine liegen im Eingang. Vielleicht sollen sie als eine Art Fußabtreter dienen. Oder doch Dekoration? Hm. Nicht das seltsamste an diesem Ort. Sie sehen aus, als stecken sie tief im Boden. Ich glaube nicht, dass ich sie einfach hinausziehen könnte. Dann pulen wir mit dem Stock dran rum. Ähm. Nein. Wozu? Na. Weil. Oder mit der rostigen Zange. Ich glaube nicht, dass der Restaurantbesitzer glücklich darüber wäre. Was? Oh. Nein. Geh weg. Ah. Geh weg. Okay. Ein Fass mit Müll. Yay. Ein großes Fass voll stinkendem, miefigem Müll. Nicht unbedingt das, was man durchwühlen will, aber gut. Wenigstens in dieser irren, vielleicht Traumwelt liegt Müll in der Mülltonne. Hobbeltlich. Oh, eine zerbrochene Flasche. Sie sieht mehr oder weniger sauber aus. Die nehme ich mit. Schön. Fantastisch, noch mehr. Boah, das können wir ins Fischglas packen. Auf jeden Fall. Was? Wieso? Nur noch ein bisschen. Ein klein wenig noch. Ein kleines Schiff. Ja. Eine zerbrochene Flasche. Sie sieht mehr oder weniger sauber aus. Mehr oder weniger. Können wir sie, wollen wir sie richtig sauber machen? Das überlege ich mir besser nochmal. Nein? Okay. Wäre sein können. Wetterpflanze. Eine Pflanze hat die Möglichkeit genutzt und die Fassade erklommen. Hey, das klingt eigentlich richtig gut. Fast wie aus einer Geschichte. Oder einem dieser alten Point-and-Click-Adventure-Spiele. Ja. Lampe. Eine kleine Lampe hängt dort über dem Eingang. Es brennt kein Licht. Hm. Zum alten Löffel. Klingt wie ein Restaurant. Und riecht auch so. Zumindest, soweit ich das von hier aus beurteilen kann. Hoffe ja, die Löffel sind nicht zu alt. Fenster. Das Gebäude hat wirklich große Fenster. Eigentlich ganz hübsch. Wenn man nicht erst ein umfangreiches Stufenprogramm hochsteigen muss, von dem jede Fitness-Einheit nur träumen könnte. Hä, hä, hä. Hä, hä. Hä, hä. So leid es mir für Vio tut, aber wir gehen noch mal runter. Hä? Von unten sah das alles wirklich nicht so schlimm aus. Okay, ganz vorsichtig. Schritt für Schritt. Und bloß nicht hinunterschauen. Hoffentlich ist das wirklich einfach nur ein Traum. Und hoffentlich finde ich bald einen Weg hier raus. Ich würde mich freuen, wenn wir gleich wieder hochlaufen. Toll. So, hier. Hast du noch ein Schiffchen? Fantastisch. Das sieht schon besser aus. Ob da noch mehr hineinpasst? Was? Noch mehr? Sag mal. Das muss doch auch mal gut sein. Es muss eine... Ein blau-grüner Stein. Der vielleicht? Das sieht schon besser aus. Ob da noch mehr hineinpasst? Das gibt es ja nicht. Das reinstopfen. Fehler nicht, oder? Das ergibt ja keinen Sinn. Es muss eine bessere... Ja. Gut. Mehr Sachen sammeln. Arme Fisch. Ist ja eigentlich auch eine Norm. So maximal in so ein... in so ein Aquariumglas darf. Weiß ich nicht. Huch. Oh, ist die fertig? Hey, das ist doch die alte Dame aus dem Tattoo-Laden. Ob ich sie darauf ansprechen sollte? Hm. Ich will nicht indiskret sein. Danke. Der Truthahn im Federmantel war ein Gedicht. Ich bin rundherum satt geworden. Oh, Verzeihung. Ich arbeite hier nicht. Macht nichts, Kindchen. Jeder macht seine Fehler. Die DIN 32622 mit dem Titel Aquarien aus Glassicherheitstechnischer Anforderungen und Prüfung gilt für Aquarien im privaten Nutzungsbereich bis zu einer Länge von 200 cm, einer Breite von 60 cm und einer Höhe von 60 cm. Schön. Und welche DIN kommt dann, wenn die Länge 201 cm beträgt? Oder 200 cm und 1 mm? Wie ist das Essen hier so? Großartig. Wirklich großartig. Die Qualität der Gerichte ist nicht zu übertreffen. Was ist das Beste auf der Karte? Oh, das ist eine wirklich schwere Entscheidung. Die Truthahn-Suppe ist wirklich ein Fest. Aber nicht jeder mag die Augen, die darin schwimmen. Vielleicht solltest du den Truthahn-Pudding probieren. Er ist hausgemacht. Die Soße hat zwar ein paar Klüppchen, aber mir wurde versichert, dass das so sein muss. Und ich kenne es auch gar nicht anders. Vielleicht probiere ich das später. Truthahn-Pudding? Weiß ich nicht. Kommen Sie oft hierher? Ach, Kindchen. Ich bin ein bisschen alt für dich. Findest du nicht? Äh, was? Schon gut. Ich fühle mich ja geschmeichelt, aber ich bin nicht interessiert. Nicht übernehmen, ja? Ähm, ich wollte eigentlich nur fragen. Hihihi. Äh, schon gut. Vergessen wir das. Pff. Äh, schön. Ja, das, äh, schön. Sie sehen wunschlos glücklich aus. Ach ja? Ja, eine bessere Werbung kann es für ein Restaurant gar nicht geben. Ich habe nur leider ein bisschen was zwischen den Zähnen. Das ist etwas unangenehm. Ach, ich habe leider keinen Zahnstocher dabei. Zahnstocher? Ach, Schätzchen, da hilft auch kein Zahnstocher. Aber etwas, worin ich meine Zähne kurz durchspülen lassen könnte. Das wäre wirklich eine Wunde. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, das helfen könnte. Dafür brauche ich aber definitiv noch das Glas. Okay. Bis später. Gerne. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch das Glas, von der die sich die Nägel macht. Dazu muss aber ihr Mann erstmal nach Hause. Hermann. Das heißt, wir müssen Hermann irgendwie dazu bringen, dass Hermann nach Hause geht. oder eventuell mit dem Fisch weitermachen. Na, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Okay, was haben wir hier? Das sieht aus wie... Du kennst nicht die Schaschlik-Soße? Das Original? Ähm... Nein, bisher nicht. Dann solltest du das dringend ändern. Nimm die Flasche mit. Ich brauche sie nicht mehr. Hallo Kaladin. Behalte sie ruhig. Wenn du sie kühl und trocken lagerst, hält sie für die Ewigkeit. Danke. Danke, Nubis. Okay. Schaschlik-Soße. Schaschlik-Soße. Das Original. Das Original. Okay. Ein benutzer Teller mit Gabel. Wahrscheinlich von der älteren Dame davor. Mit wem redest du da, Kindchen? Etwa mit mir? Ich? Ach, nichts. Entschuldigung. Ich habe nur laut gedacht. Na dann? Na dann? Kerzenständer für den besonderen Flair. Ein Tisch. Rund. Mit einer Tischdecke. Nichts Besonderes. Naja, die Tischdecke könnte mal wieder ein bisschen gewaschen werden. Was? Richtig. Mit Kochwäsche. Aber sonst unauffällig. Kindchen, bist du sowas wie ein Restaurantkritiker? Ich habe da letztens sowas gelesen von einer, die immer... Ich? Äh, nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Ach, schade. Ach, schade. Durch die großen Fenster fällt Licht in den Raum. Eigentlich ganz hübsch. Leider zwingt es auch dazu, sich bewusst zu machen, dass man viel zu weit oben irgendwo durch die Gegend schwebt. Hey, Ani. Ein Loch im Putz. Scheint wohl zur Grundausstattung zu gehören. Aber natürlich. Das muss schon sein. Das ist wichtig. Ein Salz- und Pfefferstreuer. Trotzdem erinnert er mich an etwas. Aber ich komme nicht darauf, was. Hm. Ja, Andi. Sag mal, kennst du eigentlich schon die DIN 4022? An sich? Ja. Ganz nicht? Eine Schale mit Obst. Sieht echt aus. Oder jemand war besonders detailverliebt und hat sich extra viel Mühe damit gemacht, den Schimmel dort auf den Paar Trauben besonders realistisch aussehen zu lassen. Oh, geil. Eine Schale mit Obst. Oder ein Ding mit Glasdeckel und anderem Kram. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich vergesse den Namen immer. Aber Oma hatte einige von denen. In allen Größen und Varianten. Eine alte Registrierkasse. Wow. Ich glaube, ich habe so ein Teil noch nie vor mir gesehen. Und ich weiß nicht mal, ob ich das gerade wirklich vor mir sehe. Ja, das ist ja die entscheidende Frage. Okay. Ein Stapel saubere Teller. Sie sehen nicht so aus, als sollte man was davon anfassen. Man sagt, zwar Scherben bringen Glück, aber darauf ankommen lassen will ich es nicht. Ich denke ja, Andi ist eher so der Feinschluff-Typ. Ja. Nicht mal Steine und Blöcke, sondern eher so der Feinschluff-Typ. Ja. Oh, eine Schale. Ob es jemanden stört, wenn ich sie mir kurz ausleihe? Offensichtlich nicht. Sehr schön. Eine Schale. Eine Schale. Fantastisch. Wenn ich, äh... Ähm, nein. Wozu? Okay, dann halt nicht. Ich weiß doch, ich weiß es doch auch nicht, wozu. Ein Truthan. Er sieht frisch zubereitet aus. Ein Truthan. Kriege ich ein Stück? Ähm. Nein. Natürlich nicht. Okay, was haben wir hier? Eine Jukebox. Das sind was überhaupt noch irgendwo benutzt wird. Ich wollte immer mal so ein Teil zu Hause stehen haben. Eine Juke. Aber nutzen können wir sie nicht, schade. Bilder. Sie zeigen Leute, Wolken, gekochte Gerichte. Hübsch. Hübsch. Speisekarte. Oh, eine Speisekarte. Mal sehen. Truthansuppe. Truthan Fingerknabbereien. Truthan überbacken mit Federpüree. Äh. Äh. Ja. Sieht exotisch aus. Und sehr truthanlastig. Definitiv. Truthanlastige Angelegenheit. Vor allem, was ist mit seinen Beinen? Ich mein, das ist doch... Das ist ja wie... Ein Zahnstocher. Das knickt doch einfach weg. Okay. Hallo. Ähm. Entschuldigung. Nein. Ah. Ah. Ein Gast. Ein neues Gesicht. Herzlich willkommen zum alten Löffel. Der Weg ist nicht gleich hierher. Aber Herr Lutzig. Danke schön. Wonach steht unserem neuen Gast der Sinn heute? Äh. Ein Glas Wasser wäre super. Aber erst mal, wie lautet das Tagesgericht? Wie lautet das Tagesgericht? Sowas haben wir nicht. Aber wir haben eine Karte. Ah. Gut. Dann... Was steht da so drauf? Oh. Also da wäre zum Beispiel geraspelter Truthahn mit Truthahnstampf und knusprigen Truthahnkrallen. Äh. Lecker. Oder flambiertes Truthähnchen im Schlafrock. Ein altes Familienrezept. Gibt es auch eine Nachspeise? Hudam-Budding. Oh, super. Oh. Truth-Törtchen mit Schnabel-Saube. Sehr beliebt. Äh. Ich glaube, ich denke noch etwas darüber nach. Weiß ich nicht. Hm. Gibt es hier vielleicht auch etwas ohne Truthahn? Sie meinen eine Truthahn-freie Speise? Genau. Ich, äh, vertrage Truthahn nicht so gut. Jajee. Das tut mir aber leid. Nein. Leider haben wir nichts anderes hier. Gar nichts? Gar nichts. Gar nichts. Wie kommt es, dass Sie ausschließlich Truthahn anbieten? Nun, ich würde sagen, das könnte man als Anpassung der äußeren Umstände bezeichnen. Und das bedeutet? Es ist sehr schwer hier mit Lebensmitteln. Importe sind sehr kostspielig aufgrund der aktuellen Umstände. Zum Glück war mein Urgroßvater Truthahn-Züchter. Und so hat sich alles ergeben. Das heißt, Sie haben eine eigene Truthahn-Zucht und dadurch können Sie Ihr Restaurant weiterhin am Leben erhalten? Genau. Und so fangfrisch wie unsere Truthähnchen bekommen Sie nirgendwo anders etwas zu essen. Schade, dass Sie Truthahn nicht vertragen. Ihnen entgeht was ganz Besonderes. Ja, schade. Ja, das ist sehr schade, ja. Könnte ich ein Glas Wasser haben? Tut mir leid, aber Getränke stehen nicht mehr auf der Karte. Es gibt keine Getränke? Nicht mal ein Glas Wasser? Nein, tut mir leid. Es hat sich auf Dauer einfach nicht rentiert. Die Leute kommen diesen ewig langen Weg hier hoch, essen und verspüren keinen Durst? Doch, Durst haben sie schon. Aber... Sie bevorzugen ausschließlich langgegorene Getränke. Und das kostet mich bis zum Ladenschluss jedes Mal die halbe Einrichtung. Es endete jedes Mal auf die gleiche Weise. Mit einer Schlägerei? Mit Stuhl und Tischweitwurf. Eine alte Disziplin, die den Bewohnern hier immer noch im Blut steckt. Auch wenn die Ausübung dieser, nun, Sportart, sei der großen Reform von Ex-Ex-Bürgermeister Tufielgut unter Strafe steht. Tufielgut. Sei sie aus gutem Grund verboten. Oh ja! Tufielgut? Ex-Ex-Bürgermeister Tufielgut? Natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. Und die ältere Dame am Tisch kann auch kein Glas Wasser bekommen? Nein, keine Ausnahme. Wie gesagt, es gibt keine Getränke mehr auf der Karte. Ich habe auch keinen Wasseranschluss mehr vor Ort, seitdem es den letzten großen Erdrutsch gab und die Leitungen aufgebrochen sind. Es gibt hier keinen Wasseranschluss? Aber wie reinigen sie dann das Geschirr? Wie bereiten sie die Gerichte vor? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Darüber kann ich nicht sprechen. Aber die Regentonne hinter den Gebäuden hat ausdrücklich nichts damit zu tun. Ugh. Der Weg hier hoch ist... besonders. Ja, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Wäre es nicht sicherer, ein Geländer oder dergleichen an die Treppe zu bauen? Vor nicht allzu langer Zeit gab es ein solches dort mal. Aber dann gab es wieder einen dieser Erdrutsche und das Geländer stürzte ab. Seitdem ist es, wie es nun ist. Und niemand will wieder eins haben? Um Himmels Willen, nein! Nachher passiert noch etwas und jemand stürzt mit dem Geländer in die Tiefe. Ja? Um Himmels Willen! Danke, ich brauche im Moment nichts. Was doch? Einfach Bescheid sagen! Alles klar? Gut. Äh, die Regentonne hinterm Haus, Alter. Ich fass es nicht. Ach, das ist ja eklig. So. Überledel gerade. Jetzt... Wir waren doch jetzt überall, oder? Waren wir jetzt überall? Ich glaube schon. Gehen wir mal zurück in den Wald? Können wir die jetzt anfassen? Ich habe noch nie so eine Blume. Aber... Nein. Nein. Gut. Äh... Die Scha... Achso, das können wir natürlich auch probieren. Warte mal. Fällt gerade was ein. Statt einem Glas Wasser können wir ja die Schale vielleicht einfach mit Wasser füllen. Nein? Nein? Hä? Ein Eimer mit Wasser. Griffel weg! Der Eimer ist heilig. Man braucht fürs Vögelfangen einen Eimer mit Wasser. Griffel weg! Jeder Angler, der etwas auf sich hält, hat einen Eimer mit Wasser bei sich. Das bringt Glück. Und davon kann ich gerade viel gebrauchen, solange die Viecher nicht anbeißen. Okay. Schaschlik-Lose. Wir brauchen also zuerst den Vogel. Hm. Emililal. Das ist wirklich ein prächtiger Vogel. Hey. Vögelchen. Zack, ist er weg. Danke. Ja. Frage ist ja, wo... Bringt der dann irgendwo hin? Oder ist der Eimer beim nächsten Mal? Der ist Eimer wieder da, ne? Ja. Willste Schaschlik-Soße? Es muss eine bessere Lösung geben. Nein. Das überlege ich mir besser nochmal. Ich glaube, ich brauche... Ich wette, wir brauchen den Kleber von ihr. Aber die gibt mir das ja nicht. Die braucht das ja noch. Weißt du wie? Ich kann einem... Nein. Ich will es ja auch nicht stehlen. Ich will es ja eigentlich nur benutzen. Äh... Schaschlik-Soße ins Fischglas. Es muss eine bessere Lösung geben. Schade. Betty, sag mal. Ich brauche echt den Kram hier. Wirklich. Nein, ich möchte sie nicht nehmen oder durchsuchen. Das fühlt sich nicht richtig an. Wieso nicht? Schade ich nicht. Ich schaue nachher. Nutz. Das überlege ich mir. Nein. Mal sehen. Sie sieht aus wie neu. Wow. Okay, das war das, also was ich mir dachte. Eine sehr scharfe Schaschlik-Soße. Sie sieht aus wie neu. Wozu habe ich jetzt... Was mache ich jetzt mit der Zange? Mal sehen, ob wir die Feder ein bisschen gedehnt bekommen. Aha. Es muss eine bessere Lösung. Hey, das sieht richtig gut aus. Ja, aber was zur Hölle mache ich damit? Es muss... Nein. Okay, also wir haben jetzt eine funktionierende Zange, weil das eine sehr scharfe Schaschlik-Soße war. Wir haben immer noch eine Zervor... Ich weiß überhaupt nicht, was wir damit sollen. Wir haben eine Feder. Ich bin total irritiert. Regalbrett. Ein Regalbrett. Etwas verzogen. Hoffentlich hält es. Ein bisschen. Nicht, dass irgendwann einem Besucher die Kakteen auf den Kopf fallen. Ach, Quatsch. Ein leeres Glas. Sieht sauber aus. Kann ich mir was von deinen Nagelsachen ausleihen? Nein, die brauche ich noch. Entschuldige. Ja, sie braucht sie halt noch. Das ist das Problem. Einigungsmittel. Frei von Farb- oder Duftstoffen. Verdampft schnell. Rückstandsfrei. Vielseitig einsetzbar im Haushalt oder als Reiniger. Mit praktischem Ausgießer einfach zu dosieren. Leicht mit Wasser zu mischen. Fettlösendes Mittel. Zwei Ausrufungszeichen. Dieses Produkt kann ebenfalls zum Verdünnen oder Lösen von Farben, Lacken und Wachsen benutzt werden. Benutzung auf eigene Gefahr. Oh, warte. Können wir vielleicht die... Die Tüte würde ich damit vielleicht aufbekommen. Aber die Samen würden vermutlich dabei herausfallen. Nein, damit bekomme ich die Tüte nicht auf. Aber ich wollte... Nein. Nein, auch nicht mit der zerbrochenen Flasche. Die Tüte würde ich damit vielleicht aufbekommen. Aber die Samen würden vermutlich dabei herausfallen. Ja, aber was tun wir denn dann? Ah, wir brauchen vielleicht einfach einen... Kann ich einen Blumentopf haben? Ein Stapel Blumentöpfe. Sie sind leer. Kann ich einen haben? Einen Stapel. Nein. Schade, ich bräuchte einen Blumentopf. Dann holen wir uns Dreck und dann... Weißt du? Wo Dreck ist, weiß ich auch. Okay, wir kriegen ja keinen Blumentopf. Äh... Wir machen erstmal eine kurze Pause. Wie los, Regie? Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich kann nicht speichern. Ich kann. Sehr schön. Schön gemacht. Speichern. Perfekt. Man sieht genau, ne? Hier. Sehr gut. Die Schale als Blumentopf benutzen. Könnt's versuchen. Wir haben den Erdhaufen. Ja, das könnte klappen. Das versuchen wir dann mal. Wir machen eine kurze Pause. Ich schicke euch in den Pause-Screen. Und wir sehen uns in ein paar Minuten. Hier. Wieder. Bis gleich. Wieder da. Ach, ja. Äh. Zum Spiel. Ha. Danke, Kekollis. Favorite. So. Äh. Hallo. Ne, was? Roscoe, hoch. Erschrocken. Wieder da. Danke für die Übis. Ähm, 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 ähm. Wir wollten mit der Schale. Mit der Schale. Mal zum Erdhaufen. Ähm, vielleicht kann ich mir ja. Ähm, nein. Wozu? Natürlich. Ja, das ist, äh. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Das schon mal nicht. Oh, wait. Warte. Da die Oma ja jetzt beim Dings, äh, ist, können wir ja zum Tätowierer. Richtig. Oh. Oh. Da war ein kleiner Lurch. Echse, Dings. Nochmal klopfen. Ob er noch etwas Nützliches da oben hat? Halt ein. Wie groß vermag Idiotie nur sein? Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich manchmal nah beieinander. Mir geht dies dich zur Besinnung bringen. Sagt der Richtige. Eine Schere? Beim nächsten Mal ist es die hässliche Kommode. Lass mich raten. Auch von der Ex-Frau. Schlimmer. Schwiegermutters Erbstück. Nein, das war genug Nervenkitzel. Ich will es nicht darauf ankommen lassen. Am Ende wirft er wirklich noch eine ganze Kommode runter. Ja, aber fantastisch. Wir haben noch eine Schere. Damit kriegen wir die Tüte auf, oder? Ohne, dass die Samen rausfallen. Hoffentlich. Eine Schere. Ein bisschen stumpf. Das ist ja egal. Es ist einfach nicht scharf genug. Was? Schleifstein. Mal sehen, ob das hilft. Ich bin so klug. Ich bin so unfassbar klug. Das überlege ich mir besser nochmal. Nein, warte. Ob die Schere ist geschliffen? Jetzt ist sie scharf. Aha. Damit dürfte es klappen. Juhu. Juhu. Eine Tüte mit Blumensamen. Die Pflanze heißt Caruso. Und jetzt ist sie offen. Fantastisch. Okay, das hätten wir. Sieht aus, als wäre die Arbeit getan. Steht da Monkey Head. Da steht doch Monkey Head. Hat er eine Wurst tätowiert? Das ist definitiv eine Wurst auf dem Arm. Heiner. Oh, das ist aber lieb, Heiner. Oh, Heiner. Heiner, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von Twisted Tale in the Game. Ich darf sie sehr, 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 sehr gerne in einer gesponserten, gemütlichen Gummizelle niederlassen. Fühle euch die Gemeinschaftsräume und rüste mit einem nassen Handtuch zur Verteidigung aus. Dankeschön, Heiner. Danke, danke. Was er wohl unter seinem Bart für eine Tätowierung hat, die kann ich nicht erinnern. Ist das eine Maus? Ein Mauskopf oder sowas? Eine Katze? Einst dafür sind die Ohren eher ein Hase? Hase vielleicht. Ein Hase könnte sein. Bei großen Ohren, so wie das aussieht. Blaue Tinte, rote Tinte, Schablone mit exotischen Ohren. Oh, was ist denn jetzt hier? Eine Tätowiermaschine hat er zur Seite gelegt. Das ist eine Tätowiermaschine. Ich habe sowas nie zuvor gesehen. Sieht eigentlich richtig interessant aus. Cool. Das passe ich besser nicht an. Nein. Man weiß, was ich nachher aus Versehen damit anstelle. Ja, man weiß es nicht. Gut. Reden wir erstmal mit ihm. Da bist du ja wieder. Na, hast du deinen Mut zusammengekratzt und dich nochmal hierher getraut, um mit einem frischen neuen Tattoo nach Hause zu gehen? Ähm, nicht wirklich. Nee. Nicht? Schade. Aber das macht nichts. Viele zieren sich erst ein bisschen. Ich kann's ja verstehen. Heute überdenkt man alles lieber drölfmal. Und wer weiß, was alles in der Tinte drinsteckt und ob es hier mit rechten Dingen vor sich geht. Ohne Zauberkragenbeschwörung und all diesen Kram. Ja. Zauberkragenbeschwörung? Hat es alles schon gegeben. Aber nicht bei mir. Dieser Laden ist absolut unbedenklich. Aber nun sag schon, womit kann ich dir behilflich sein? Was lastet dir auf der Seele, Schätzchen? Wie heißt du eigentlich? Wie heißt du eigentlich? Ich bin Ned. Ned Harvey. Ich könnte schwören, ich hätte deinen Namen schon mal gehört. Kann schon sein. Ich bin recht bekannt, nachdem ich ein paar Wettbewerbe im Tattoo-Stechen gewonnen habe. Vor allem wegen meines Freistil-Tätowierens. Wow. Aber komm jetzt bloß nicht mit einer Autogrammanfrage. Ich tätowiere keine Autogramme. Ich halte das für ethisch nicht korrekt. Was ist mit dir? Hast du auch einen Namen? Ich? Ich bin Vio. Vio, ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Danke, ebenfalls. Oh, wie höflich. Wie höflich. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Der Ort ist ganz in Ordnung. Wenn man davon absieht, dass durch die fliegenden, bröckelnden Inseln wir alle ein bisschen isoliert worden sind. Aber vielleicht ist das auch wiederum ein Vorteil für uns und andere. Gibt es eine Möglichkeit, von hier wegzukommen? Dir scheint's hier nicht sonderlich zu gefallen, was? Äh, also... Keine Sorge, Schätzchen. Ist schon in Ordnung. Mir kann man vertrauen. Die Leute schütten mir gerne ihre Herzen aus. Muss irgendwie an dem Stuhl da liegen. Sobald sie drauf sitzen, gibt es kein Halten mehr. Aber ich bin an Kummer gewöhnt. Also, gibt es eine Möglichkeit, von hier wegzukommen? Hm. Auch ja. Es fliegt ab und an dieser Bus hier vorbei. Ein fliegender Bus? Aber klar. Der Ballon hat zwar bessere Tage gesehen, finde ich. Aber er ist zumindest zuverlässig. Okay. Okay, wo finde ich den? Wo finde ich diesen Bus? Da wirst du dich noch ein Weilchen gedulden müssen, schätze ich. Er fährt nur alle Schaltjahre und das letzte Mal ist erst neulich gewesen. Was? Aber... Und wann kommt wieder einer? Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, dann in fünf Monaten. Vielleicht auch neun. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob gerade Saison ist. Ich nutze den selten. Deswegen weiß ich's nicht genau auswendig. Aber fünf Monate wirst du warten müssen. Aber ich kann keine fünf Monate warten. Dann wirst du wohl einen anderen Weg finden müssen. Mit irgendwas wirst du ja auch hierher gekommen sein, nicht? Oder haben dich deine Eltern etwa all die Jahre irgendwo versteckt gehalten? Manchen würde ich das echt zutrauen. Was? Nein, nein. Ich bin nicht von hier. Dachte ich mir. Oh Mann! Blattkite! Moin Moin, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 27 Monate und Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Baumeister Manni kommt bei dir vorbei in einem Maße für ein Fenster. Dankeschön. Erzähl mir etwas über deinen Laden. Gern. Was möchtest du wissen? Alles. Was kannst du mir über die Tinte sagen, die du benutzt? Ah, gute Frage. Ich mische meine Tinten selbst. Das Verfahren ist recht anspruchsvoll, aber so weiß ich immer, was genau enthalten ist. Das ist sehr vorbildlich. Das klingt echt gut. Aber heißt das dann auch, man kann die Tattoos auch mit 100%igem Reinigungsmittel wieder abwaschen? Ich würde gerne mehr über die Motive wissen, die du stichst. Die meisten kennen mich wegen meiner Freistil-Tattoos. Sie sind wirklich sehr beliebt und ich kann meine Kunst darin ungezwungen entfalten. Jedes Tattoo ist einzigartig und niemals vorhersehbar. Es besteht aus wilden, in sich verschlungenen Linien und ergibt ein kreatives Durcheinander, in dem jeder was anderes sieht. Das klingt sehr außergewöhnlich. Definitiv. Ja, ich bin auch sehr stolz darauf. Für alle anderen, die es nicht so mit Kunst haben und lieber auf Massenkompatibilität stehen, gibt es eine Auswahl an konventionellen Mustern. Du weißt schon, flammende Herzen, Totenköpfe, exotische Zeichen, so ein Firlefanz eben. Ja, ja, Firlefanz. Ja, schlimm. Ähm, etwas anderes. Ja. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Tattoo-Laden aufzumachen? Ich wollte schon immer etwas mit Kunst machen. Das entspricht nicht der Dienraube. Ja, mein Herz schlägt für Kunst. Während die anderen gierig die Motorräder in den neuesten Fachmagazinen beäugt haben, habe ich mir heimlich Postkarten der bekanntesten klassischen Gemälde angeschaut. Im Ernst? Das kommt überraschend. Ich weiß, man sieht es mir nicht so an. Es war nicht einfach so, anders zu sein, mit diesen Interessen irgendwie Fuß zu fassen. Irgendwann bin ich mit meinem Motorrad-Club mal bei einem Tattoo-Laden vorbeigefahren. Ich war erst entsetzt über die Einfältigkeit der Motive und die dilettantische Ausführung der Arbeit. Ja, schlimm. Aber dann erkannte ich das ganze Potenzial darin. Also hast du deinen eigenen Laden aufgemacht? Genau. Aber vorher bin ich noch ausgezogen. Ich wollte weit weg von zu Hause neu anfangen, ohne die Altlasten und den Motorrad-Club im Nacken. Ah ja, kommt also auch woanders. Diese alte Dame vorhin. Und woanders? Du meinst Gloria, die Spinatwachtel Schwarz? Die Spinatwachtel? Ach, sie ist eine schrullige alte Dame und sie hat sich diesen Titel mit Würde verdient. Es ist mehr ein Kosename und sie mag ihn, denke ich. Sie hat ihr fünftes Tattoo stechen lassen. Alle Freistil. Beim ersten Mal wollte sie nur ein bisschen ihre Altersflecken kaschieren. Aber jetzt kann sie nicht genug davon bekommen. Ihr fünftes Tattoo? Wow, sie sieht gar nichts aus wie... Äh, also man sieht es ihr gar nicht an. Ja, es ist recht unerwartet was. Aber sie ist echt zäh. Keine Miene verzieht sie. Nicht mal ein Zucken. Wie macht sie das? Sie ist eine andere Generation. Die sind noch recht zäh. Nicht so verweichlicht. Außerdem ist Gloria etwas Besonderes. Manche würden sagen, sie hat sich irgendeinen Trank dafür gebraut. Aber ich glaube, es ist einfach Wildstärke. Bestimmt. Die Spinatwachtel und du. Das war beeindruckend. Danke. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Wie du lässig die Sonnenbrille hinuntergezogen hast. Dann die Nadel angeworfen. Ähm, ja. Das sieht beeindruckend aus, wie die Nadel da so rattert. Und dann über die Haut. Hm. Hm. Und sie sitzt seelenruhig da und lässt sich diese Tinte unter die Haut stechen. Lass uns bitte das Thema wechseln. Was? Aber warum? Die heutige Jugend ist verweichlich. Ja, so nehme ich. Warum möchtest du nicht über die Tätowierung von vorhin sprechen? Das ist schwer zu erklären. Mir kannst du es sagen. Ich kenne dich erst seit gefühlten fünf Minuten. Zugegeben. Aber andererseits erkenne ich eine ehrliche Haut, wenn sie vor mir steht. Nun sagst du, ein Versprochen ist versprochen. Wird auch nicht gebrochen. Wenn das Versprechen bricht, ist tausend Nadelstiche Pflicht. Wenn einer das Versprechen bricht, sind tausend Nadelstiche Pflicht. Also gut. Ich habe ein Geheimnis. Wusste ich's doch. Ich leide unter einer Nadelfobie. Nadelfobie? Psst, nicht so laut. Verzeihung, ich meinte Nadelfobie. Ganz genau. Was? Wie kannst du als Nadelfobiker einen Tattoo-Laden führen? Du machst doch die ganzen Tattoos selbst. Es ist die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille? Sie ist blickdicht. Ich setze sie auf und kann die Nadel nicht mehr sehen. Ganz einfach. Du tätowierst also völlig blind? Freistil nenne ich das. Freistil. Sie finden es unglaublich künstlerisch. Und meiner Künstlerseele hat das Lob und die Anerkennung gut getan. Ich bin irritiert. Und wie stichst du die anderen Motive? Wackenskimmer. Dafür hab ich Schablonen. Sie sind ganz praktisch und der Trick ist sehr einfach. Die Schablone wird auf die entsprechende Haut gelegt und dann steche ich einfach darüber. Das ist clever. Eigentlich wollte ich nur Freistil anbieten, aber es gibt immer irgendwen, der etwas anderes will. Warum sie dann extra zu mir kommen, obwohl sie überall diese Massenmotive bekommen können, weiß ich nicht. Aber man muss als Ladenbesitzer eben auch sehen, wo man bleibt. Ja, so ist das. Warum machst du nicht etwas anderes? Porträtgemäldestudio oder Comics zeichnen? Ich bin in einer schlechten Siedlung aufgewachsen und habe schon als Säugling im Motorenöl gebadet. Mein Weg war eindeutig und für Kunst gab es keinen Platz. Klingt schwierig. Die einzige Möglichkeit, deine Kunstader auszuleben. Genau. Also hab ich damit angefangen. Was soll ich sagen? Die anderen waren begeistert. Erst habe ich nur Freistil tätowiert. Die Leute waren verrückt danach. Es war anders, kreativ, außergewöhnlich. Also zog ich los und eröffnete meinen Laden. Und da bin ich nun. Ich werde dein Geheimnis für mich behalten. Danke, Bio. Mir geht es besser, damit endlich jemandem all das anvertraut zu haben. Wenn ich dir einmal mit etwas helfen kann, lass es mich wissen. Nicht ganz, Pavardes. Das hier ist ein Tätowierstudio. Sieht man doch. Und moin, Pavardes. E.O. Dienz Ronja. Ich muss weiter. Alles klar. Okay, darf ich das hier mitnehmen? Bestimmt nicht, ne? Das kleine Fläschchen enthält rote Farbe. Sie dient als Tinte. Bitte nicht anfassen. Die Flaschen sind sehr zerbrechlich und ich brauche diese Farben. Das ist höchstwahrscheinlich auch absichtbar. Tut mir leid, aber das geht leider nicht. Nimm das nicht persönlich. Ich würde sie wirklich niemandem anvertrauen. Nicht mal mir selbst, wenn ich es nicht müsste. Mist. Das ist mistig. Hey, Abductor. Das kleine Fläschchen enthält blaue Farbe. Sie dient als Tinte. Bitte nicht anfassen. Könnte ich sie mir kurz aus... Ja, nein, gut. Da liegen Schablonen auf dem Tisch. Diese Schablone hat ein Herz. Entschuldige, Schätzchen, aber die kann ich nicht jemandem in die Hand geben. Sie sind buchstäblich bare Supi-Rupi wert. Und kurz ausleihen. Tut mir leid, das geht nicht. Mist. Diese Schablone hat einen Totenkopf. Entschuldige. Und tut mir... Ja, 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 ja. Diese Schablone hat ein... Entschuldige. Und tut mir leid. Ja. Darf ich jetzt dahinter? Nee, ne? Ein Durchgang. Äh, da beginnt mein... Oh, in Ordnung. Nein, darf ich nicht. Okay. Sehe ich alles ein? Machst du nichts? Die wollte ich doch nicht anfassen. Das fass ich besser nicht. Ja, genau. Ähm... Darf ich mich dahin setzen? Ein großer, gepolsterter Stuhl. Wer sich tätowieren lassen will, darf hier Platz nehmen. So wie diese alte Dame. Ja, also wir wollen da nicht Platz nehmen, offensichtlich. Okay. Okay, okay, okay. Wir gehen erstmal wieder raus. Niem, 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 niem. Äh, 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 ja. Wie die... Deko ist bei mir... Ja, nee. Mitnehmen können wir das nicht. Äh, 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 äh. Hm. Können wir vielleicht was durch das Fenster werfen? Das offene... Das überlege ich mir besser nochmal. Können wir nicht. Okay. Hm. Vogel damit abwerfen halte ich auch für Quatsch. Die Samentüte... Ähm, nein. Nein. Die Schale ging auch nicht. Wasser können wir uns auch nicht aus dem Eimer zapfen. Hm. Vielleicht hat er der... Der Dingsladen jetzt offen. Oh, ja. Oh, ein Krimskramsladen. Das erinnert mich an früher, als Oma mich immer mit in diese Ranschlägen. Alles kostet nur ein Euro. Krimskramsladen? Ranschelig? Ich verbitte mir diese Titulierungen. Äh, Verzeihung. Antiquitäten. Es handelt sich hierbei um Antiquitäten. Kostbare, seltene Einzelstücke. Sorgsam von niemand anderem als mir persönlich ausgesucht und der Öffentlichkeit zum Erwerb angeboten. Gegen einen gewissen Opulus selbstredend. Ich wollte nicht unhöflich sein. Und das bedeutet nichts anfassen, nichts berühren, nichts, rein gar nichts. Gesehen wird ausschließlich mit den Augen. Verstehen Sie das? Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Puh. Der Kerl scheint nicht gerade zu der entspannten Sorte zu gehören. Schauen wir uns ein wenig um. Aber anfassen lassen wir besser. Nicht, dass der gute Mann noch einen Herzschlag bekommt und ich am Ende wegen Mordes gesucht werde. Ihr wisst schon, wie ein Pilot einer Streaming-Serie oder so. Ja, hier ist die Abmischung gleich am Zaun von dem nächsten Patch gearbeitet. Ja, 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 ja. Hier ist irgendwas. Genau. Ja, 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 ja. So. Ach, ist das herrlich. Hier gucken wir mal, mein Schieserhut. Das hatten wir in der Demo. Wir erinnern uns. Den Raum hatten wir in der Demo. Und ja, der sah ein bisschen anders an. Einige Stellen aus, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir, äh, ich, äh, die Münze. Hey, eine Münze. Haha, meins. Vorne zeigt sie eine Eins. Auf der Rückseite einen Papagei, einen Totenkopf und eine Hand. Kreativ. Kreativ. Sehr schön. Ein übergroßer Pfeil. Soll wohl dafür sorgen, dass man den Tisch nicht übersieht. Nun, das ist gelungen. Ich denke auch. Der hat eine Handarbeit unverkäuflich. Hey, Achim. Das ist doch... Mit diesem Würfel bin ich hierher gekommen. Das ist wieder eine neue Tonspur. Etwas mehr Kontenanz. Der Würfel da auf ihrem Tisch gehört mir. Ausgeschlossen. Doch, ich bin mir ganz sicher. Ausgeschlossen. Dieses Stück kann Ihnen nicht gehören. Aber... Ich habe es karrenlos gesichtet und damit ist es in mein Eigentum übergegangen. Nach Paragraf 710 Absatz 5 des Eigentumfundgesetzes bin ich befugt, dieses antike Schmuckstück nun zu besitzen und zu verkaufen. Eigentumfundgesetz? Ich weiß ja nicht, woher Sie kommen, aber wir hier haben für alle Bereiche des Lebens unsere Regeln und Gesetze. Und nach Paragraf 710 Absatz 5 gibt es keinerlei Zweifel darüber, dass ich hier eindeutig im Recht bin. Wenn Sie dies anzweifeln, können wir dies gern auf dem juristischen Weg klären. Aber ich warne Sie. Ich bin überaus gut rechtsschutztechnisch versichert. Das Schnellmenü hier nicht möglich. Was? Ich kann hier nicht speichern? Okay, das ist ja wild. Alles klar. Dann nicht. Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber. Kann ich den auch haben? Nein, nur zur kurzzeitigen Verwendung. Nicht zum Mitnehmen. Hm. Ja, dann verwende ich den. Ich leie ihn mir mal aus. Okay, also den kann ich vermutlich nur hier drin, ne? Und dann muss der mich an. Hey, da steht etwas drauf. Geklaut im Antiquitätenladen. Jetzt fühle ich mich etwas ertappt. Nur ein bisschen. Ob er die DIN 4022 kennt? Bestimmt. Das ist der Antiquitätenladen? Das ist der Antiquitätenladen, ja. Das ist doch mit diesem Wunsch. Ich bitte Sie. Okay. Äh. Wunsch. Kaugummi-Automat. Ein Kaugummi-Automat. Als Kind habe ich auf dem Heimweg von der Schule immer die Straße nach Groschen abgesucht, um sie in den nächstbesten Kaugummi-Automaten zu werfen. Man hatte immer die Wahl zwischen halbversteinerten Kaugummis von vor drei Generationen oder einem echt porösen Schrott-Spielzeug-Schmuck. Ich habe immer die Kaugummis bevorzugt. Voll funktionstüchtig. Allerdings sind ausschließlich Kaugummis enthalten. Okay, aber kann ich denn die Münze? Das müsste klappen. Jetzt bloß nicht stecken bleiben. Juhu, ein Kaugummi! Ich bitte Sie. Etwas mehr Kontenanz. Oh, natürlich. Yes. Yes. Ein Kaugummi. Da steht etwas. Admiral Sweetems Kaugummi. Das Original. Kaugummi mit kaubarem Steak-Geschmack? Geschmacksrichtung Lendenfilet. Na lecker. Ja, können wir den benutzen? Vio. Nein? Vio will ihn nicht benutzen. Schade. Na gut, dann nicht. Was haben wir hier noch? Ein Gemälde. Es zeigt einen Hund. Der Künstler behauptet, es handele sich um eine humanoide Variante eines Hundes, der ihm in einer zeichentrickähnlichen zweiten Realität begegnet ist, eindeutig dem Surrealismus zuzuschreiben. Na klar. Ein Grammophon. Quasi der Ur-Saurier der Bluetooth-Lautsprecher. Nur ohne Bluetooth. Und ohne Strom. Und ohne Lautsprecher. Und nicht ganz so handlich. Dazu gehört eine Schallplatte. Beethoven. Oh. Sonata 12 in As-Dur. Aha. Trauermarsch. Oh. 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 Ein Glöckchen. Seltsam. Obwohl sich die Tür nach außen öffnet, könnte ich schwören, dass das Glöckchen geläutet hat, als ich den Laden betreten habe. Unverkäuflich. Neueste Generation mit Solarenergie betrieben. Registriert jeden neuen Kunden auch ohne mechanischen Schnickschnack. Cool. Krasser Shit. Wahnsinn. Ebenso Torarion. Ein Schild. Die Aufschrift kann ich nicht lesen. Und es geht sie auch nichts an. Wow. Rute an Pudding, Kaugummi mit Steakgeschmack. Gott, ich will eine Hose. Ja, das ist echt schwierig. Ein ovales Bild. Ich glaube, es ist ein Porträt. Natürlich ist es ein Porträt. Es zeigt ein Gesicht, zwei Augen, Mund und Nase. Was sollte es denn sonst sein? Entschuldigung. Eine Rüstung. Sie sieht sehr gut erhalten aus. Muss sehr kostbar sein, wenn es ein Original ist. Stammt aus der Auflösung eines Pariser Scherzartikellabens. Der Eigentümer ist ein entfernt an Bekannter. Hm. Okay. Ein Gummihühnchen. Mit inbegriffenem Karabinerhaken. Originalstück aus den 90er Jahren. Inbegriffenem Karabinerhaken. Ach so, da wo es dran hängt. Ah. Irgendwelche komischen Deko-Kugeln. Ptsch. Handgeflochtene Voodoo-Kugeln aus Naturhaar. Jedes Stück ein Unikat und hochexotisch. Kenner würden das sofort feststellen. Ja. So nämlich. Ein Schild. Darauf steht. Anfassen verboten. Und darunter im Klein. Berührung verpflichtet zum Kauf. Keine Ausnahme. Exakt. Exakt. Eine Flasche, in der sich ein kleines Modellschiff befindet. Ein Original aus einem karibischen Restaurant, das besonders beliebt bei Piraten ist, kann Spuren von Hühnerfedern aufweisen. Ah. Keiner erkannt, was das Huhn mit Karabinerhaken ist. Es ist mit Sicherheit wieder eine Anspielung auf irgendeinen Pointing-Click. Aber ich wüsste jetzt auch, also spontan, das ist wieder schwierig. Ich bin dann immer so, die Zuordnung zum richtigen Spiel fällt mir dann schwer. Ich meine, das hier ist klar. Ja. Also hier der Zauberhut und so. Das ist schon ziemlich klar. Huhn und Haken ist wieder Monkey Island. Naja, siehste. Und der Ring noch mit Sicherheit auch. Na dann ist es, ja. So. Gut. Und das hier ist ja auch klar. Tofu-Gesicht. Ja, das ist, ne, das ist für mich auch deutlich. Gut. Dreibein. Ein hölzernes Dreibein. Sieht nicht sehr besonders aus. Ich bitte Sie. Französischer Herkunft aus dem Jahr 1996. Dazu soll ein Diamant gehören. Leider bis heute unauffindbar. Wohl im unbekannten privaten Besitz. Hm. Eine Stoffpuppe. Sie hat nur aufgestickte Augen. Sonst aber kein Gesicht. Eine Voodoo-Puppe. Nadeln nur gegen Aufpreis verfügbar. Eine Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Uhrzeit ist. Natürlich ist sie das. Natürlich ist sie das. Geschirr. Vasen. Teller. Noch mehr Vasen. Erinnert mich an Oma. Alles kostbare Einzelstücke. Schrecklich zerbrechlich. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Oh, Bücher. Mal sehen. Puzzle Smirti. Übersetzt Todesbote. Autor. S. Gordon. Hm. Und hier? Der Papa Pischu Busch und andere Kuriositäten aus Plunder Island. Ein Dammelband. Interessant. Interessant. Und noch mehr Bücher. Mal sehen, was noch dabei ist. Die Lederjacke und ich. Oder wie ich lernte Atlantis zu lieben. Von S. Habgut. Klingt nach einer Liebeskomödie. Ist es auch. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Galaktische Burger und andere Intelligenztests. Autor. Wilbur. Nacherzählung. Eine Art Kochbuch. Interessant. Eine Art Kochbuch. Ohne Aufschrift. Nicht anfassen. Was ist da drin? Nichts. Nichts? Nichts. Sie verkaufen leere Pappkisten? Ich bevorzuge die Bezeichnung Karton. Sie sind antik. Nicht anfassen. Ja. Hebt mal besser eure leeren Kartons auf. Kisten. Ohne Aufschrift. Nichts. Was ist da drin? Nichts? Nichts? Sie verkaufen nicht. Ja. Ja. Gut. Gut. Ein alter TV mit einer Spielekonsole. Das ist echt retro. Ein echtes Schmuckstück. Nicht wahr? Was ist auf der Spielekonsole drauf? Ein nettes Adventure. Ein Comic-Grafik. Aber die Rätsel. Puh. Sehr unlogisch. Man stirbt oft. Haben Sie es ausprobiert? Natürlich. Durchgespielt? Nein. Ich bin nicht über den Mäusekäfig hinausgekommen. Mir fehlt die Komplettlösung. Boah, das ist glaube ich ganz alt, ne? Das habe ich glaube ich, also... Ein Point and Click, in dem man viel stirbt. Ich komme nicht auf den Namen. Ich komme leider nicht auf den Namen. Aber das habe ich nie gespielt. Sierra, ne? Also auf jeden Fall Sierra Game. Hm. Andi hat davon immer erzählt. Ach Mensch, guck, ein Kronleuchter. Ein Kronleuchter. Er sieht aus, als hätte er mal in einem alten Verratenlist gehangen. Hat er auch. Hat er auch. Ein Bild. Sehr orange und gelb. Sieht exotisch aus. Oh. Teilstück eines originalen Teppichs exotischer Herkunft. Hat mir ein Mann namens Brian 2000 verkauft. Oh, natürlich. Ein Hut. Sieht aus wie von einem Zaubererkostüm. Originalstück von 1994. Garantiert keine Replik. Sehr teuer. Hallöchen, it was the tail. Kennt ihr schon die DIN 2022? Ja, wir haben vorhin erst sehr ausführlich über die DIN 2022 gesprochen. Es war wunderschön. Hallöchen. Macht sehr, sehr viel Spaß. War es nicht. Doch war es Joker. Doch, es war sehr schön. Ich fand das sehr schön. Stein oder Block? Ich tendiere ja immer noch für mich persönlich zu feinen Schluff. Ja. Ja, aber vielleicht in dieser Welt hier noch. Okay, wir wissen ja gar nicht, wo wir hier sind. Joker ist ein Block. So, Halstuch. Ein rotes Halstuch. Ja. Er hörte einst einem bekannten Helden auf der Suche nach einem besseren Leben. Ach, das klingt romantisch. Hat er jemanden gerettet? Jein. Hat er denn das bessere Leben gefunden? Jein. Und er ist dennoch ein Held? Aber selbstredend. Selbstredend. Maru, einen wunderschönen guten Tag. Der Kapitel 2 berücksichtigen. Sehr gut. Danja, bitte definitiv auf die ISO 14688 eingehen. und die anderen zwei habe ich jetzt vergessen. Leider. Na, Simon the Sorcerer ist der Hut. Das rote Halstuch müsste Rufus sein, ja. Simon hatte doch kein rotes Halstuch, dachte ich. Wieso merkst du dir das? Was stimmt nicht mit dir? Was denn? Ich habe das gelesen. Rufus ist richtig, ja, ne? Garantiert als Easter Egg. Ja. Ja. Ah. Bild ganz oben ist auch klar. Ach so, da. Ja, ja. Ich habe es erst gar nicht gekannt. Ja, erkannt. Ja, Tentakel und so. Warte, ich gucke erst mal hier unten noch. Die Jacke. Eine alte Jacke. Meine Oma hatte früher auch immer so eine getragen. Jeden Tag. Echtes Vintage. 1996. Ursprünglich aus den USA. Import nach Frankreich. Woher kommt denn die Jacke? Ja. Ja. Mal drauf, nur um dich zu ärgern. Nur ein bisschen. Da kommt ja die Jacke. Na, bestimmt in den Credits. Onkel. Mit Sicherheit in den Credits. Alle Sprecher. So, Tentakel. Das ist, ähm... Ein Selbstporträt. Gewidmet einem Dr. F. Edison. Angeblich der Vater des Künstlers. Die Spinne auf dem Wikingerhelm-Loop nicht gut. Ach hier. Das ist eine andere Spinne. Das ist nicht dieselbe Spinne, die da verschwindet. Das ist doch ganz klar. Das ist eine andere Spinne. Ein Hund. Irgendwie kommt mir das Bild bekannt vor. Passt in jedes Wohnzimmer. Aus dem Nachlass einer älteren Dame. Wunderschön. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da sehe. Ein Selbstbildnis eines gewissen F. W. Wild. Auf der Rückseite steht, für meinen besten Freund, Mel Block. Ah. Das habe ich auch nicht. Das, ja, das hätte ich jetzt, also nur so, nicht erkannt. Sieht aus wie ein Werbeposter. Mit einem Pirat. Keine Replik. Überbleibsel eines alten Hotels auf einer karibischen Insel. Auf dem Poster steht, Grock. Mehr als ein Erfrischungsgetränk. Ja, Mann. Jetzt auch in folgenden Geschmacksrichtungen erhältlich. Diät-Grog. Cherry-Grog. Grock Classic. Oh, ja. Caffeine-Free-Grog. Nier-Grog. Eine nicht-alkoholische Variante. Und Light-Grog. Moment, da steht auch noch etwas in klein darunter. Enthält Kerosin und Batteriesäure. Moment. Was? Was? Batteriesäure? Ja. Ein Nationalgetränk. Okay. Da steht noch etwas. Vorsicht. Inhalt zügig zu sich nehmen. Frisst sich andernfalls durch Becherböden. Keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Lecker. Jacke auf. Bafum ins Fluch bezogen. Selber nie gespielt. Das habe ich halt auch nicht gespielt. Bafum ins Fluch habe ich auch nicht gespielt. So. Tofu-Gesicht. Ein Tofu-Gesicht. Schnappschuss eines Naturfotografen für eine Reportage. Sehr selten. Was für ein Retro-Stream. Es gibt so viele Spiele, die wir noch im Retro-Stream streamen könnten. Guck zum Gefängnist-Türen öffnen. Äh. So, warte. Bild mit Erde. Ein kleines Bild. Es zeigt die Erde, dahinter die Sonne, die langsam aufgeht. Ein Original. Künstler ist ein gewisser Orion B. Ein Diamant-Ring. Wow. Das ist wirklich ein großer Diamant. Echt. Und echt verflucht. Verflucht. Natürlich. Natürlich. Originaler Verlobungsring eines Zombie-Piraten. Einmalig. Selten. Wertvoll. Der markante Eigengeruch ist unverwechselbar und kein Merkmal minderer Qualität, sondern ein Zeichen der Authentizität. Darf ich den haben? Ein Diamant? Echt. Natürlich. Nein. Na gut, dann nicht. Okay, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles. Uns angesehen. Also, ich hoffe es zumindest. Wahrscheinlich ist das jetzt aber Würfeltisch. Aber ich glaube. Hatten wir, hatten wir, ja. Warte, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Mit dem Zahn da sehe ich, aber mit dem Zahn kann ich nicht interagieren. Okay. Reden wir mal mit ihm. Schöner Lagen. Ich bitte Sie. Nicht? Es ist ein ausgezeichneter. Jedes Einzelstück unter diesem Dach ist eine eigene Kostbarkeit. Ich verkaufe ausschließlich Originale. Kenner reisen von weit her, um meine Unikate zu erstehen. Das klingt beeindruckend. Zu meinen Kunden gehört die Crème de la Crème der Upper Class. Wie viele Kunden kommen so? Im Jahr? Na ja, also, man könnte sagen, nun, also mal mindestens, also... Also, niemand? Der Weg ist sehr weit. Die Kundschaft sehr beschäftigt. Aber Sie sagten doch eben... Was soll diese Fragerei überhaupt? Wer sind Sie? Etwa jemand vom Verbraucherschutz? Der Antikverkaufsbehörde? Das Gesicht? Äh... Vom Verbraucherschutz. Genau. Ich bin hier für eine Prüfung. Ausgeschlossen. Wie? Ausgeschlossen. Ich habe erst kürzlich mit einer Dame dieser Stelle korrespondiert. Und? Und mir wurde versichert, dass es keinen Grund zur Beanstandung gibt. Kein Wucher. Keine versteckten Mehrkosten. Ich bin ein sauberer Geschäftsmann. Und Sie? Ja? Eine überaus schlechte Lügnerin. Danke. Ich bin von der Antikverkaufsbehörde. Ja. Von der Antikverkaufsbehörde? Unmöglich. Doch, wenn ich es doch sage. Unmöglich. Eine so renommierte Stelle wie die offizielle Antikverkaufsbehörde würde niemals, und ich betone niemals, einen solchen Cretan-Beschäftigen, geschweige denn hierher schicken. Eine... Grata? Cretan? Sie Banause, da haben wir es doch. Banausin, wenn schon. Also glauben Sie mir nicht. Halten wir uns nicht mit Spitzfindigkeiten auf. Nein, ich glaube Ihnen nicht. Und Sie sind eine überaus schlechte Lügnerin. Ich muss unbedingt noch ein... Ich muss unbedingt noch ein Screenshot machen, also ein Foto machen, per F12, wenn er diese... wenn er dieses Gesicht sieht. Ich bin Veo. Bitte ersparen Sie uns einen langen Monomofen für Ihre Biografie. Ich möchte weder wissen, woher Sie kommen, noch warum Sie ausgerechnet hierher gekommen sind, um mir die Zeit zu stehlen. Oder beabsichtigen Sie etwas zu kaufen. Nicht wirklich. Ich habe kein Geld dabei. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht so recht, was ich hier soll. Sagen Sie es doch gleich. Sie haben also Philosophie studiert. Tja, knapp bei Kasse und diese ständigen Warum-Fragereien über das Hier und Jetzt der Existenz. Ähm... Ich wusste gleich, dass ich aus meinem Leben etwas Besseres machen wollte. Und warum verkaufen Sie dann alten Kram? Unterstehen Sie sich? Alten Kram? Dieser Laden ist eine Schatzkammer, ein Refugium kostbarer antiker Einzelstücke. Wertvolle Kostbarkeiten, stumme Zeitzeugen bedeutsamer Geschichte. Also, zusammengefasst, alter Plunder. Klaritäten aus besseren Zeiten. Jedes Unikat ist ein unumstößlich kostbares Relikt von unschätzbarem Wert. Der Erhaltungszustand meiner Antiquitäten ist sagenhaft und der Seltenheitswert unangefochten. Jedes dieser Schmuckstücke ist sehr hochwertig hergestellt worden, meist in Handarbeit. Ist ja gut. Jeder Kenner würde vor Ehrfurcht erzittern bei Betrachten dieser unschätzbar wertvollen Sammlung. Allerdings erfordert dies entsprechende Sachkenntnis, um alte Originalität und Herkunft richtig einschätzen zu können, worin es ihm offensichtlich mangelt. Offensichtlich. Ganz offensichtlich. Aber ich brauche diesen Würfel wirklich. Dann hätten Sie etwas besser darauf achten müssen. Jedes Kind weiß doch, dass man sein Hab und Gut niemals aus den Augen lassen sollte. Aber gut. Manche lernen es spät und auf teure Art und Weise. Kann ich den Würfel denn irgendwie zurückbekommen? Aber selbstredend, Sie können ihn natürlich ehrlich erstehen. Ich soll meinen eigenen Würfel zurückkaufen? So können Sie es auch bezeichnen. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass ich der derzeitige Eigentümer dieser antiken Kostbarkeit bin. Nein, natürlich nicht. Das werde ich ganz sicher nicht mehr vergessen. Okay. Also gut. Was kostet dieser Würfel? Was letztes Preis? In Anbetracht seines überaus makellosen Zustandes, der augenscheinlich bemerkenswert intakten Mechanik, der ausgesprochen leuchtenden Farben Schon gut, schon gut. Ich muss nicht erst überzeugt werden. Mit Berücksichtigung des derzeitigen Sammlerwerts und mit Hinblick auf eine Einschätzung des Herstellungsjahres Der Preis. Kann ich Ihnen dieses kostbare Stück für einen fairen Preis von 200.000 Supi-Rupi anbieten? 200.000? Exakt. Alles andere würde mich verarmen lassen. Ich habe auch Kosten, wissen Sie? What? Ich habe keine 200.000 Supi-Rupi. Das ist bedauerlich. Aber vielleicht können Sie sich für ein anderes Stück erwärmen, das mehr zu Ihrem... Nun, Budget passt. Ich habe ein paar Kartons, die möglicherweise besser passen würden und auch gewiss interessant für Sie sein könnten. Ich möchte aber keine Kartons. Ich brauche den Würfel. Nun, dann kann ich nicht wirklich helfen. Entweder 200.000 Supi-Rupi... Oder? Nun, möglicherweise würde sich da noch eine Möglichkeit finden. Welche? Wenn Sie mir etwas vergleichbar Antikes, Kostbares anbieten könnten, was in das Profil meines Angebots passen würde, dann könnte ich mich eventuell dazu bereit erklären, den besagten Würfel dagegen einzutauschen. Also muss ich nur irgendeinen alten Plunder, äh, äh, alten Antikschatz finden und zum Tausch hierher bringen? Nun, es muss schon wirklich eine bemerkenswerte Rarität sein. Nicht irgendwelche konventionellen Antiquitäten. Aber ja, wie bereits erwähnt, dann würde ich mich eventuell dazu bereit erklären, ein Tauschgeschäft mit Ihnen einzugehen. Was für ein Plunder, äh, Antiquität käme denn in Frage? Nun, also, es müsste sich durchaus um eine besondere Rarität handeln. Ja? Beispielsweise eine exklusive, wenn auch wenig nützliche Pferderüstung. Eine Pferderüstung? Natürlich nicht irgendeine. Es kann aber natürlich auch etwas anderes überaus Außergewöhnliches sein, wie ein Hotel-Ugo-Universalschlüssel, Christoph-Columbus-Truhe oder der katalamataischen Menschenfresser-Pflanze. Oh, okay. Das klingt alles nicht so leicht. Oh, da ist die Pflanze. Antiquitäten aufzuspüren ist eine unglaublich anspruchsvolle und schwierige Aufgabe, die nur die wenigsten, überaus versierten Kenner zu verstehen wissen. Natürlich. Ich sehe schon. Sie bekommen eine gewisse Vorstellung davon, wie herausfordernd diese Profession tatsächlich ist. Auch wenn das Erspüren natürlich nur einen Teil der ganzen Aufgaben und Kenntnisse darstellt, der all dies mit sich bringt. Ja, sehr herausfordernd. Nicht wahr? Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Das war's. Danke. Ihr Stammzellenforscherin, hallo Anderxogoras. Ich, ähm, schaue mich doch etwas um. Wenn's denn sein muss. Aber bitte nichts anfassen. Geschaut wird nur mit Augen, nicht mit den Händen. Ja. Schon klar. Gut, wir gehen erstmal wieder raus. Wir sind hier drin, glaub ich, erstmal so weit fertig. Ich darf tatsächlich den Kino-Schreiber mitnehmen. Ich kann es nicht fassen, dass er den Würfel einfach mitgenommen hat und ich ihn mir jetzt zurückkaufen soll. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Könnte ich jetzt bitte hier aufwachen? Hallo? Nein? Also gut. Dann vielleicht später. Wie auch immer. Mal schauen, wie das alles hier weitergeht. Ich muss mir irgendetwas einfallen lassen. Ja, definitiv. Äh, noch ein bisschen zu laut, oder? Auf was hatte ich's denn vorhin? Ich weiß es gar nicht. Ähm, so, wir haben jetzt den Kugelschreiber. Wir haben Kaugummi. Schön. Das ist generell erstmal schön. Denn eigentlich noch irgendwas, was wir nicht mit dem Kugelschreiber. War nicht. Hm. Bin noch etwas verloren. Wo ging's denn hier? Achso, ich muss noch ein Stück laufen, deswegen. Äh. Ey, Jungs, was geht ab? Achso, wir haben noch nie mit Ben geredet, ne? Ja gut, das war zu erwarten. Ehrlich gesagt. Ich verstehe dich nicht. Er ist etwas schüchtern. Aus dem bekommst du kein Wort heraus. Oh. Ja. Viel zu tun? Ist das anstrengend, was du da tust? Wie ist die Arbeit so? Hm. Na gut, dann bis dann. Okay. Äh, die Schaufel darf ich mir immer noch nicht nehmen, ne? Ich darf jetzt nicht hier irgendwie schaufeln. Auf dem Erdhaufen steckt eine Schaufel. Im Moment scheint sie nicht benutzt zu werden. Darf ich sie denn? Ich würde sie hier gerne mitnehmen. Aber ich glaube, ich darf nicht. Können wir den? Ähm, nein. Nein, nein, natürlich nicht. Äh. Oh. Was haben wir mit dem Schädel gemacht? Der ist im Goldfischglas. Ja. Der ist im... Die Brücke hat keine Brüstung. Sie ist genau oder nicht. Das wollte ich nicht. Ja, ja, ja. Der ist im Goldfischglas. Versteht sich? Gut, das heißt aber, hier ist der Würfel weg. Der ist wie ein bisschen weg. Der Würfel ist weg. Ich wusste doch, dass es derselbe ist, der auch im Antiquitätenladen ist. Schlimm. Der Würfel war so heiß, dass er die Wiese unter sich völlig versenkt hat. Dort ist nur noch verbrannte Erde. Ganz übel. Ähm, können wir denn? Ha, hab ich dich. Aua. Wow. Ähm, sorry. Aua. Tut mir leid. Du sprichst. Aua. Okay. Ich stecke dich besser einfach schnell ein. Eine irgendwie sprechende, exotische Blume, die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Nein. Können wir die in die Schale stecken? Nein, können wir nicht. Aber leuchtet die, sag mal, so ein bisschen? Können wir mit der in die Höhle? Das überlege ich. Nein. Die Pilze wollte sie nicht mitnehmen. Die komische, seltsame Pflanze eher auch nicht. Okay. Äh. Gut, 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 gut. Ist das vielleicht so eine Pflanze, wie der haben will? Nee, ne? Vermutlich nicht. Aber was mir noch einfällt ist... Ach nee, da hoch. Warte, 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 warte. Die Lampe. Wieder. Kriegen wir die denn irgendwie mit dem Stock oder so? Ähm, nein. Wozu? Nein. Schade. Eine kleine Lampe hängt dort über dem Eingang. Es brennt kein Licht. Ja. Muss ja auch nicht, aber ich hätte gerne die Lampe. Schade. Äh. Äh. Der Kopf mit seinem ekligen Zeug. Ob sie ein Kaugummi will? Ähm, nein. Wozu? Ich weiß auch nicht. Mit der Zange eventuell? Das überlege ich mir besser nochmal. Hat er denn eine Idee? Ja, dann gerne. Joker. Ähm, nein. Nein, nein, auch da nicht. Nö, ich finde das schon, also so ein, 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 gefragt. Ja, also ein, ein bisschen, ne. Nicht, dass sich jetzt gleich alle Berufen führen. Gott sei Dank, wie viele, äh, mögliche Wege oder so. Äh. Ja, und nichts Neues, was wir da reinstopfen können, oder? Können wir, äh, hier Blumentöpfe? Ähm, nein. Nein. Oder vor, ah. Stimmt, vor allem, den Gedanken hatte ich vor. Wobei, nee, ich hab immer an den Kleber gedacht. Mhm. Das überlege ich mir besser nochmal. Aber wir können natürlich einfach versuchen, den da hinzukleben, ohne den aufzumachen. Also, weißt du? Das Glas ist klar, wofür wir das brauchen. Ähm, 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 fürs Fischglas haben wir, glaube ich, nichts Neues. Richtig. Nö. Ähm, warte. Mit dem Kaugummi können wir auf jeden Fall versuchen. Mhm. Na? Es muss eine bessere Lösung geben. Nö. Ein Kaugummi. Da steht etwas. Admirals. Hm. Lust auf eine Pflanze? Es muss... Nein. Das überlege ich mir besser nochmal. Einfach danach werfen oder so. Wobei, dann fällt es runter. Ist auch schlecht. Gleich muss es erst weg. Das ist wirklich ein Prä... Hey. So, jetzt ist er weg. Danke. Ja, perfekt. Und jetzt den Kaugummi... Nein, nicht die Schaschliksoße. Das überlege ich mir besser nochmal. Nö. Nö, 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 nö. Das ist es nicht. Ah. Muss auch ein paar Bugs fixen. Mach das. Mach das. Viel, viel Spaß. Viel Erfolg, Eva. Und ich wünsche dir und dem Spiel alles, alles Gute. Ich hoffe, dass es sich gut verkauft, auf gute Reviews und so weiter und so fort. Chat, ne? Hier, 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 die Eva. Ja, unterstützt die Eva. Los. Was steht da auf dem Kaugummi? Lendenfilet-Geschmack. Ein Kaugummi. Da steht etwas. Admiral Sweetems Kaugummi. Das Original. Kaugummi mit kaubarem Steak-Geschmack? Geschmacksrichtung Lendenfilet. Na, lecker. Lecker, ne? Gut. Die, äh... Die Pflanze. Ah, hier muss ich wieder leiser drehen, sonst... Na, ist für die Ohren unangenehm. Ist das die Pflanze? Wie wäre es mit dieser überaus seltenen, wundersamen Pflanze? Ist das etwa... Haben Sie dort wirklich... Hä? Ähm... Ja, ganz sicher. Nein, ausgeschlossen. Was? Wie? Es handelt sich hierbei offensichtlich nicht um eine überaus seltene und sehr kostbare Menschenfresserpflanze, botanisch auch Canivora monstrosa simsii genannt, sondern um eine überaus häufig vorkommende veganische Pflanze, Herbivora amabilia guetti. Wirklich? Eindeutig. Ihr fehlen offenkundig Zähne. Selbst ein Narr weiß, dass die Menschenfresserpflanze sich vor allem durch ein überaus scharfes Gebiss auszeichnet. Hm. Ja gut, dann ist ja klar, was wir tun müssen. Wir brauchen unbedingt das Gebiss von der Oma. Dafür brauchen wir unbedingt das Glas. Hier kommen wir anders ver... Fickte. Ah. Wieso geht er nicht nach Hause? Hermann, geh nach Hause, du Kunde. Wie kriegen wir den hässlichen Vogel? Wir müssen irgendwie diesen hässlichen Vogel kriegen. Nur wie? Das überlegt... Ihhh. Es muss eine... Habe ich überhaupt keine Lust, was wir mit der komischen Fedau machen? Hm. Au hat nie Idee. Na dann. Hol dir mal. Ja, Kaugummi? Ähm. Nein. Wozu? Ja, wegen Kaugummi. Ähm. Nein. Nein. Ich werfe einfach mal. Ich werfe einfach mal mit dem Stein drauf. Es muss eine bessere Lösung geben. Auf eine Samentüte in die Erde, wo der Würfel war. Puh, ich kann es versuchen. Aber dann können wir auch hier den Erdhaufen versuchen, was ich auch noch nicht probiert habe. Ähm. Nein. Nein. Wozu? Gut. Also das geht nicht. Wir versuchen es. Mhm. 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 Ne. Ich kann mir der Stelle nicht mehr... Es muss eine bessere Lösung geben. Achte schon. Ne, geht noch. Ähm. Kann ich die da reinpflanzen? Nö. Ähm. Nein. Wozu? Ja, ich weiß da auch nicht. Äh. Die Pilze will sie immer noch nicht, ne? Die Bäume sehen. Der Wald ist... Nein. Ja. Rot mit... Nein. Ja. Okay. Können wir... Das überlege ich mir besser nochmal. Okay. Die will sie nicht abschneiden. Alles klar. Dafür für die Höhle brauche ich halt auch noch Licht. Da hätte ich ja, wie gesagt, ich dachte eigentlich die Lampe vorm Restaurant. Aber da wüsste ich halt nicht wie. Äh. Ich schau nach nur zu. Betty hat nichts zu melden. Das Fischglas ist noch nicht vollständig. Das sieht schon besser aus. Ja. Also ich meine, wir können versuchen, alles Mögliche in das Fischglas zu stecken, aber beim Reinigungsmittel ganz bestimmt nicht. Brauchen wir für was anderes Reinigungstablette? Nein. Wieso haben wir Reinigungsmittel und Reinigungstablette? Nein. Du musst ja auch einen Grund haben. Betty? Ähm. Nein. Wozu? Ich weiß es doch auch nicht. Ich probiere doch nur. Das hatte ich vorhin schon mal. Jetzt habe ich noch eine Schaschliksoße. Nee. Halt. Ungeschweih. Nein? Ähm. Nein. Wozu? Ja. Keine Ahnung. Ähm. Nee, nee, nee. Also für die Pflanze ist relativ klar, dass wir hier brauchen wir das Gebiss von der Oma. Das Gebiss von der Oma kriegen wir, indem wir ihr ein Gefäß zum Reinigen bringen, weil sie was zwischen den Zähnen hat und deswegen will sie ihr Gebiss in das Glas dann werfen sozusagen und dann kommt vermutlich noch eine Reinigungstablette oder so rein und dann läuft das. Ähm. Also das ist eigentlich relativ klar. Die Schale kriege ich halt nicht irgendwie mit Wasser gefüllt. Das heißt, da funktioniert es halt nicht. Ich brauche halt definitiv sehr, sehr wahrscheinlich dieses Glas hier und das gibt sie mir aber nicht, weil sie noch beschäftigt ist. Also weil sie das noch braucht, den ganzen Kram hier. Kleber, Nagelfeile, Glas. Braucht sie alles noch. Darf ich noch nicht mitnehmen. So, höchstwahrscheinlich muss halt erst Hermann nach Hause und für Hermann müssen wir den Vogel irgendwie fangen. Ach, schwierig. Vogel hätte noch eine Idee. Dann her damit. Das ganze andere Zeug ist, naja, Kleber. Um irgendwas irgendwo dran zu kleben. Nagelfeile, weiß ich, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hm. Haugummi andrehen, damit es weich wird. Ich habe es bei einigen schon probiert, bisher wollte den niemand kauen. Und ich selbst ja offensichtlich auch nicht. Der ist ja auch eklig. Bein, Schnabelding, etc. Achso, ja, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Der Schnabel sieht seltsam aus. Das ist, äh, irgendwas Weirdes. Kann ich da aber auch nicht reinstopfen. Ähm, nein. Wozu? Verdrängt doch Wasser. Ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein, dass es dann überläuft und wir daher Wasser bekommen, weil der Wassereimer ist ja heilig. Und da darf ich ja nicht ran. Ja, das ist natürlich auch denkbar. Äh. Betti, wie findest du denn die Pflanze? Es muss eine bessere Lösung geben. Ebenso der Tod. Genieß es. Schönen Sonntag. Deine Idee für die Sprungfeder. Ja. Komm mal raus. Kann ich halt, also kombinieren ist, glaube ich, aktuell nicht mehr. Ich kann hier nichts mehr, das macht halt alles nix. Ähm. Nee. Können wir mal ins Restaurant gehen, nochmal mit dem Dude reden vielleicht. Aber ich wüsste nicht, was. Wofür sind wir mit der Kommode? Ich kann da nicht nochmal klopfen an der Tür. Klopfen an der Tür ist durch. Tatsächlich. Äh. Ähm. Entschuldigung. Danke. Ich brauch... Weißt doch. Ja. Es muss eine bessere Lösung geben. Okay. Ein Stapel. Man sagt zwar, Scherben bringen Glück, aber darauf an... Okay. Ah, ist klar. Ein Troutan. Aber essen will ich... Ähm. Nein. Wozu? Das überlege ich mir... Die Samen, die ich ihm vorgegeben... Glaub ich... Glaub ich... Glaub ich... Herzenstelle darf ich nicht mitnehmen. Da sagt sie nur, das mit dem Flair... Und schlussglücklich, bis auf die Zähne... Äh... Also ich probiere es, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Vogel klappt. Mit den Samen... Aber die brauchen wir später... Eine bessere Lösung geben. Hm. Ähm... Nein. Wozu? Ich weiß es doch nicht. Ich äh... Das Fenster steht offen, aber es ist zu hoch. Zu hoch, um hineinzuschauen. Ja. Hm. Ähm... Nö. Ähm. Nö. Stock. Ähm. Wie will ich mich im kurzen Stock machen? Er sieht nicht besonders stabil aus. Wir haben doch absolut nichts mit diesem Stock gemacht, ne? Das überlege ich mir. Nö. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie kommt ihr voran? Ganz gut. Wir machen Fortschritte. Es ist sicherlich sehr anstrengend. Vor allem für diejenigen, der die Verantwortung auf seinen Schultern trägt. Schultern trägt. Hm. Oh. Wie wäre es mit einer Pause? Einer Pause? Pause? Ähm... Ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ordentlich Hunger. Hunger? Aber... Wir haben nichts zu beißen da. Die Baustelle können wir auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich könnte aufpassen. Nein, das geht nicht. Auch wenn das Angebot sehr freundlich ist. Wieso geht das nicht? Ich muss da... Alles. Ah, Kaugummi. Ähm... Nein. Wozu? Weiß ich doch nicht. Ich dachte, damit er den kaut. Hm, lecker. Können wir denn jetzt den Truter mitnehmen, wenn die Hunger haben, die Jungs? Warte mal. Das probieren wir mal. Äh... Da lang. Tö, 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 tö. Hm, 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 hm. Hm. Ein Trut aber essen will ich... Ja, ja, aber ich will ihn... Ähm... Malzahedaku. Okay, schade. Danke. Was doch? Ich dachte, wir könnten vielleicht was für Essen mitnehmen. Obst. Und so, wie ich es von hier aus beurteilen kann, absolut trutharnfrei. Ach ja, stimmt. Die Schale hatte ich ganz vergessen. Wir haben nicht viele Futaria hier. Kann ich was davon haben? Natürlich. Mach zehn Supi-Rupis. Oh, ich habe leider kein Geld. Und ich leider nichts zu verschenken. Die Zeiten sind schwer. Verdammt. Wir brauchen zehn, äh... Supi-Rupis für Obst. Der Mist. Eine Schale mit Obst. Sieht echt aus. Oder jemand war besonders detail... Ah. Obst. Und so, wie ich es von hier aus beurteilen kann, absolut trutharnfrei. Ach ja, stimmt. Kann ich was über Türen... Ja, 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 ja. Oh, wo kriegen wir denn jetzt die zehn Supi-Rupis her aus der Kasse? Eine alte Registrierkasse. Wow. Ich glaube, ich habe so ein Teil noch nie vor mir gesehen. Und ich weiß nicht mal, ob ich das gerade wirklich vor... Hoffentlich passt der Eigentümer immer gut darauf auf. Sonst tritt noch Paragraf. Ich klau mir, was mir gefällt und verkaufe es gegen ein Vermögen in Kraft. Was tauschen? Was könnte man ihm denn anbieten dafür? Du kriegst die Schaschlik-Soße und ich die Obstschale. Ähm, nein. Nein, schade. Äh. Du kriegst dieses Teil und ich dafür die Obstschale. Es muss eine bessere Lösung geben. Ähm, nein. Wozu? Es muss eine bessere Lösung geben. Aber ich weiß nicht mal, was dieses Teil hier ist. Was ist das? Was genau ist denn das? Hm. Kann man ja Soße reinmachen. Ähm, nein. Oh, ist wie ein Stein. Nee, 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 nee. Ein Stein ist das nicht. Können wir mit der Zange was vom Truthahn abmachen? Es muss eine bessere Lösung geben. Nein. Können wir damit Obst nehmen? Ähm, nein. Wozu? Ähm. Nein. Okay. Kriegen wir denn das Geld hier? Ja, ein Kugelschreiber. Das überlege ich. Nein. Ähm. Nein. In den Brudern. Nein. Das überlege ich. Auf die Speisekarte. Nein. Ähm. Oh Gott, ich bin verzweifelt, Chat. Wir haben eine Citruspresse. Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Hm. Was ist denn mit der Feder? Was soll ich denn mit der Feder hier? Das überlege ich. Ähm. Ähm. Das überlege ich. Nö. Äh. Hey, das sieht richtig gut aus. Ja. Ist halt eine verbesserte Feder. Ich weiß noch nicht genau, wofür. Ähm. Nimm. 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 Okay. Die Kasse nicht auf. Ach, hast du gedacht? Die Kasse geht auf. Nee, ich denke nicht. Nimm. Ähm. Nein. Okay, das ist echt schwierig. Mit wem redest du? Na dann. Bis später. Das überlege ich mir besser noch mal. Neben der Jukebox. Sagt sie doch was mit Scherben. Hä? Wo? Was? Wo sagt sie was mit Scherben? Eine Jukebox. Dass sowas überhaupt noch irgendwo... Keine Ahnung, was du meinst mit dem Neben. Eine Fußmatte. Sie sieht aus, als würde sie schon sehr, sehr, sehr lange dort liegen. Links? Nebendran? Wenn ich womit... Du redest jetzt hier von... Ein Stapel saubere Teller. Sie sehen nicht so aus, als sollte man was davon anfassen. Man sagt, zwar Scherben bringen Glück, aber darauf ankommen lassen will ich es nicht. Das ist nicht... Das hat überhaupt nichts mit Glasscherm oder so. Das ist nicht... Ah. Ah, ah. Vielleicht können wir ein Stück rausschneiden mit den zerbrochenen... Nein. Ich glaube eher, die Flasche müssen wir fixen. Könnte ich mir vorstellen vielleicht. Die sollen wir vielleicht einfach ganz machen. Vielleicht... Muss nicht... Kann. Nicht sicher. Äh... Nee, nicht sorry. Alles gut, Harry. Plus, ich bin gerade... Also, ich bin gerade wirklich überfragt. Oh. Ja, was übersehen? Im Müll will sie ja nicht mehr. Wie sagt man so schön? Ja. Sie hat genug im Müll gewühlt. Sie will nicht mehr im Müll wühlen. Weiter nach da hinten geht's nicht. Ein bisschen Kletterpflanze. Können wir davon vielleicht ein Stück abmachen? Es muss eine besser... Nö. Nö, ist da... Es... Nö. Ich will so gern die Lampe. Dann könnte man eventuell noch in die Höhle. Wisst ihr? Sie sehen aus, als stecken sie tief im Boden. Ich glaube nicht, dass ich sie einfach hinausziehen könnte. Ah, da brauchen wir die Schaufel. Mir relativ sicher. Und da müssen wir die Jungs erst dazu kriegen, dass die eine Pause machen. Lampe-Tüte aufschneiden geht nicht. Die ist doch schon offen. Eine Tüte mit Blumensamen. Die Pflanze heißt Caruso. Die ist schon offen. Schon die ganze Zeit. Stift mit der Speisekarte habe ich vorhin. Zange für die Steine. M-m-m. Habe ich schon probiert, als ich das erste Mal hier war. Samen in den Blumenkasten habe ich vorhin probiert. Geht nicht. Ein Stein. Eine zerbrochene Flasche. Sie sieht mehr oder weniger sauber aus. Das mit dem Sauber irritiert mich immer. Was hat denn das? Es muss eine... Ähm... 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 Hm... Hm... Das überlege ich mir besser noch. Ähm... Ähm... Das... Ähm... Nö. Zange mit Feder, irgendwas verbiegen? Das habe ich schon gemacht. Deswegen ist es ja jetzt eine verbesserte Feder. Vorher war es nur eine Feder. Bevor ich sie mit der Zange gebogen habe. Ähm... Schaschlik-Soße. Das Original. Hm. Eine Schale. Hm. Sie sieht aus wie neu. Hm. Hey, das sieht richtig gut aus. Mach das. Die Schere ist geschliffen. Jetzt ist sie scharf. Ja. Deswegen haben wir die Tüte aufbekommen. Eine Tüte mit Blumensamen. Die Pflanze heißt Caruso. Hm. Ein Kugelschreiber. Hey, da steht etwas drauf. Geklaut im Antiquitätenladen. Jetzt fühle ich mich etwas ertappt. Ein bisschen. Ein Kaugummi. Da steht etwas. Admiral Sweetems Kaugummi. Hm. Eine irgendwie sprechende, exotische Blume. Die nicht mehr spricht. Ob mich das beunruhigen sollte? Er hat sich informiert, was zu tun ist. Hm. Angelschnur mit der Schere durchschneiden. Nein. Denken wir müssen den Chef vom Goldene Löffel ablenken, um an die Kasse zu kommen. Denkbar. Wüsste aber nicht wie. Wissen wir denn, wofür wir die Fehler haben? Nein. Wissen wir nicht. Nö. Können wir das Wasser in der Regentonne reinigen? Welche Regentonne? Wir kommen an keine Regentonne. Die ist hinter dem Restaurant. Da kommen wir nicht hin. Können wir nicht hingehen. Wünschbeschneiden mit der Feder verbinden? Habe ich schon mehrfach probiert. Nein. Wozu? Ne. Also mit der Angelschnur kann ich einfach nicht interagieren, ja? Um das mal ganz deutlich hier so. Da geht nichts. Schau, schlägst du es in den Eimer oder wir nicht zulassen? War klar. Der Eimer ist heilig. Griffe weg. Es sieht aus, als hätte es jemand einfach abgeschnitten. Wahrscheinlich ist das überhaupt ein Wunder, dass es hier noch steht. Hm. Wird ja nun ist die Regentonne. Jedenfalls endet das Pfeilroh über hier. Ja, da ist Müll drin. Das kriegen wir da nicht. Also, ne. Das glaube ich nicht. Nein. So, nochmal hier das mit den Samen, damit das auch geklärt ist. Nein, ich kann die Samen hier nicht pflanzen, ohne alles umzugraben. Nösch. Das geht nicht. Das geht nicht. Schöne fette Dauer, ja? Die wollen wir ja haben, die geht's ja. Das viel brauchen wir ja. Die zwei müssen irgendwie Pause machen. Warte mal. Warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Sie ist weit hergeholt, aber ich habe eine Idee. Das ist ein verschlossener Kugelschreiber. Schade. Ein Kaugummi-Automat. Voll Funktion. Okay, nee. Die Blume in dem Blumenladen vor dem Fenster. Nee. Also, wobei, vielleicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das probiert habe. Kannst probieren. Achso, ja. Probieren kann ich's. Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, ich hatte das. Es muss eine. Aber ich probiere, geht nicht. Samen mit Baum habe ich übrigens auch schon probiert, obwohl der fette Vogel weg war, sozusagen. Ich könnte eins noch probieren. Danke. Ja, da ist er weg. Können wir dann hier eventuell was drauf bauen? Das überlege ich mir. Also irgendwas, dass er sich hier nicht hinsetzen will? Das überlege ich mir. Das überlege ich mir. Die Pflanze dahin. Die Samen dahin habe ich übrigens schon probiert, bevor der Vorschlag nochmal kommen sollte. Kaugummi hatte ich auch schon probiert. Schaschlik-Sauce hatte ich, glaube ich, auch probiert. Das überlege ich mir. Das überlege ich mir. Onkel, kannst du denn einen Hinweis geben, der jetzt nicht direkt sagt, mach das da mit? Der Dame nochmal reden, sagen, dass Hermann lügt. Nee, kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ein Blumenkasten, in dem ein kleines grünes Pflänzchen wächst. Das geht leider nicht. Kann ich das grüne Pflänzchen erben? Es muss eine bessere Lösung geben. Übel hilfreich, Onkel. Danke. Es ist in einem Haus. In einem Haus. Gut. Jetzt gibt es natürlich viel, aber es... Antiquitätenladen schließe ich aus. Das wird es nicht sein. Beim Tattoo-Dude wüsste ich auch nicht, warum. Also bleibt eigentlich nur Betty und Hermanns Haus übrig oder aber das Restaurant. Nein, ich würde es ja nicht mitnehmen. Ich kann dem armen Fisch doch nicht auch noch das Wasser wegnehmen. Er braucht es dringender als ich. Nee, das ist ja... Nee, nee, nee. Das ist wohl... Samen ins Fischglas? Wieso? Es muss eine... Reinigungstablette ist auch Quatsch. Hier steht übrigens Reinigungstablette. Reinigungsmittel und Reinigungstablette. Eine Reinigungstablette. Ned benutzt sie, um seine Tätowiermaschine sauber zu halten. Kleber mit Schachtel... Achso, das war... Ah. Es muss eine... Gerade, nee. Eine ganz lustige Idee. Vielleicht den letzten Stein ins Aquarium legen? Nee, das geht nicht. Das überlege ich mir. Nee. Also ich glaube, ich habe so ziemlich schön alles versucht, ins Aquarium zu stopfen. Ähm. Nein. Den Koch ablenken. Ich wüsste nicht, wie... Sieht sauber aus. Kann ich mir was von deinen Nagelsachen ausleihen? Nein. Die brauche ich noch. Entschuldige. Können wir hier noch mal irgendwas? Sofakissen. Ein Sofakissen? Sieht kuschelig aus. Ein Sofakissen. Ein Sofakissen. Ein Sofakissen. Darf ich da eine Feder reinstopfen? Ähm. Nein? Darf ich es aufschneiden? Das überlege ich mir besser nochmal. Okay. Wir haben mit dem Tattoo-Typen gesprochen, ja. Können wir dann jetzt wieder Schere abtrennen? Ähm. Nein. Nein. Ach, gewundert die Gießkanne. Hm. Töpfe der Kaktus. Können wir dem Kaktus ein bisschen was entnehmen? Ähm. Nein. Sind wir denn überhaupt im richtigen Haus, Onkel? Bevor ich jetzt hier wie eine Irre... Ich vermute nämlich fast nicht. Nein, war klar. Hm. Hm. So, jetzt machen wir mal ganz kurz das mit der, äh, was hier gewünscht wurde. Mit, äh, hier. Es muss eine... Also da steht übrigens auch echt Mülleimer und nicht Regentonne. Da steht nicht Mülleimer. Äh, also, ne? Nein. Und das hier ist, glaube ich, auch kein Abflussrohr, also Regenabflussdings, sondern Regenablauf, sondern das Dach ist einfach so schief gewellt. Hallo, ich bin kein Lieben. Ja, das da ist Dach. Das ist nicht die Regentonne. Sehr sicher nicht. Das Gebäude ist, wie alle hier, windschief und nicht mehr ganz so gut. Ja. Die Lampe mit einem Stein abschießen. Ähm. Nein. Die Fenster. Das überle... Nein. Achso, nee, das ist ja Quatsch. Äh, Treppe sieht sehr schick aus, ja, ne? Der ist sehr sicher, ja. Ja, definitiv. Was ist mir hier im Stuhl? Ein Stuhl. Nichts Besonderes dran. Trotzdem erinnert er mich an etwas. Aber ich komme nicht darauf, was. Keine Ahnung, an was mich der... Also, an... Außer an einen Grab... Äh, Stein. Erinnert der mich an gar nichts. Das habe ich schon probiert. Kannst du die Musik anmachen? Nee. Ähm. Kann ich nicht... Ich wüsste nicht, wie wir den ablenken sollen. Ein Tisch. Naja. Kittchen. Bist... Ich? Äh. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ach. Ah, da. Nee, ich bin kein Restaurantkritiker. Salzenpfeffer will sie nicht anfassen. Die Wand hat tiefe Risse abbekommen. Diese ganzen schwebenden Inseln scheinen den Gebäuden nicht ganz so gut zu tun. Also, ich kann mit der hier immer nur... Ich kann die angucken. Eine Jukebox. Mehr kann ich damit nicht machen. Die Kerze können wir vielleicht auch in die Höhle. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Kerzenständer für den... Ne? Kerzenst... Da passiert nichts. Die werden wir mal reden. Er hat, glaube ich, keine Gesprächsoptionen mehr, ne? Wegen dem Obst, oh, warte. Wegen dem Obst. Haben Sie nun Geld? Leider nicht. Gut. Ich bin ja kein Unmensch. Ich habe ein Problem mit der Jukebox. Sie funktioniert mal wieder nicht. Ich kann mich aber nicht darum kümmern. Für heute Abend haben einige Gäste reserviert. Warum funktioniert die Maschine nicht? Wenn ich das wüsste. Aber wenn Sie es schaffen, dass sie wieder läuft, dann können Sie sich so viel von dem Obst nehmen, wie Sie wollen. Wirklich? Und obendrein gebe ich Ihnen noch dieses knusprige, saftige Turtähnchen dazu. Das wäre sicherlich nicht nötig. Doch, ich bestehe darauf. Aber zuerst muss die Kiste wieder laufen. Die Gesellschaft heute Abend feiert einen Geburtstag und da sollte es auch Musik geben. Es wäre also großartig, wenn Sie sich darum kümmern könnten. Ich schaue es mir mal an. Wunderbar. Wenn etwas sein sollte, melden Sie sich einfach bei mir. Danke. Ich brauche im Moment nichts. Hallöchen Morgen. Einfach Bescheid sagen. Okay. Gut. Schauen wir uns mal an, was hier nicht stimmt. Keine Ahnung, wonach ich genau schauen muss. Wimmelbild. Aber gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wimmelbild. Da schimmert etwas im schwachen Licht. Wäre das hier keine Jukebox, würde ich behaupten, eine klitzekleine Trophäensammlung zu erkennen. Ich glaube, hier wohnt eine Maus. Also das hier sieht man ja, zerbrochene Feder, das ist klar. Das werden wir dann wohl ersetzen müssen. Das muss der platten Teller sein. Hier drauf kommt die Platte mit dem Lied, das abgespielt werden soll. Der metallische Arm sollte sich dann ausfahren und die Nadel die Rillen der Platte abfahren. Aber im Moment passiert einfach gar nichts. Ausschmache! Das hier sieht nicht gut aus. Die Metallfeder ist zerbrochen. Das könnte ein Grund sein, warum die Jukebox nicht mehr funktioniert. Ja, höchstwahrscheinlich. Eine Art metallischer Arm mit Nadel. Ich denke, dass er sich bewegen wird, wenn man ein Lied hören will. Hm. Da ist der Plattenteller. Komisches Drehding mit Platten. Ich glaube, dass hier die Platten gelagert sind. Es sieht so aus, als wären sie auf einem Karussell, das sich so dreht, dass die passende Platte herausgenommen und hingelegt werden kann. Ja. Das sieht aus wie ein Lüfter. Moment. Nein, das ist ein Laufrad. Es sieht fast danach aus. Seltsam. Schön. Ist das Käse? Ich glaube, schon. Käse? Ist das. Ich darf aber nichts mitnehmen. Schade. Kabel? Eine Menge Kabel. Ich habe keine Ahnung, wofür sie im Einzelnen gut sind und ob alles richtig angeschlossen worden ist. Hoffen wir einfach mal, dass das Problem nicht hier ran liegt. Ich habe keine Ahnung, warum sie dort ist und für was sie benötigt wird. Eine unbenutzte Schraubenmutter. Muss jemand dort mal vergessen haben. Eine unbenutzte... Ich ihn mitnehmen? Nein, schade. Das sieht fast so aus wie ein winziges Sitzkissen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es fast nicht erkennen. Es ist super dunkel in der Ecke, aber man könnte fast meinen, das wäre eine kleine Kommode. Ja. Sieht aus wie ein winziges Buch. Irgendwas Kleines, Abgerundetes. Das könnte eine Diode sein oder so. Ganz da hinten liegt etwas Rundes. Vielleicht eine Taschenuhr oder so. Was auch immer das hier zu suchen hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Ein sehr, sehr kleines Bild mit einem sehr, sehr kleinen Schuh, glaube ich. Mit einem sehr, sehr kleinen Schuh. Ach, das ist schön. Okay, Kabel? Eine Menge Kabel. Ich hoffe, ja. Das hatten wir schon unter das Bettchen. So einfach zu erkennen, von hier aus. Aber ich könnte schwören, das ist ein winziges Bett. Gut, dann tauschen wir mal die Feder aus. Hallo? Das überlege ich mir besser nochmal. Das überlege ich mir besser nochmal. Ach, halt da rum. Passt, sitzt, wackelt und hält hoffentlich ein bisschen. Fantastisch. Die zerbrochene nehme ich mit. Toll. Das hier sieht nicht gut aus. Hm. Die Metallfeder ist zerbrochen. Ja. Da haben wir eine zerbrochene Feder. Ist ja fantastisch. Hierhin gehört eine Feder, damit der metallische Arm richtig funktionieren kann. Ja, das haben wir ja jetzt gemacht und damit sind wir ja fein raus, nicht? Hm. Es sieht so aus, als wäre die Feder nicht das Einzige gewesen, was diesem Automaten fehlt. Nein. Gut. Schauen wir uns mal an, was hier nicht stimmt. War es denn noch nicht okay? Hm. Hm. Mit Nadel. Kabel. Rad. Links die, diese Münze auf dem Regal. Die hier, das Trophäensammlung. Da schimmert etwas im schwachen Licht. Wäre das hier keine Jukebox, würde ich behaupten, eine klitzekleine Trophäensammlung zu erkennen. Der Bewohner vielleicht. Ja, vielleicht muss der im Raufer. Ich denke auch, bei irgendwas muss er den Strom produzieren, ne? Strom fehlt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer gehört denn hier rein? Wir reden mal mit ihm. Es sieht so aus, als wäre die Feder nicht das Einzige gewesen, was diesem Automaten fehlt. Vielleicht hat er ihn ja unter dem Kochhut versteckt. Pass auf. Ich habe mir die Jukebox angesehen. Oh, wunderbar. Und? Haben Sie das Problem gefunden? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht so aus, als würde etwas oder jemand darin wohnen. Da drin? Ach, Sie meinen bestimmt Schabi. Schabi? Ja, Schabi. Schabi. Unsere Restaurantschabe. Sie ist sehr freundlich. Sie brauchen sich nicht vor dem kleinen Frechstags zu fürchten. Er ist eine Rennschabe und durch sein Talent und dem Rädchen darin erzeugt er die nötige Energie. Aber natürlich. Ich glaube, er ist weg. Weg? Was meinen Sie mit, er ist weg? Ich glaube, dass er nicht da ist. Schabi ist weg? Genau. Oh nein, das kann doch nicht sein. Er ist noch nie weggelaufen. Sind Sie sich ganz sicher? Zumindest ist er nicht in der Jukebox. Das darf nicht wahr sein. Ohne Schabi gibt es keine Jukebox-Musik. Er ist eine Rennschabe und hier heimisch. Mein Geschäftspartner. Eine Schabe? Rennschabe. Schon gut, schon gut. Ich werde ihn finden. Wirklich? Ich werde ihn unendlich dankbar. Ja, keine Sorge. Ich finde ihn schon. Na klar finden wir die Schabe. Hä? Mal take coverage. Warum könnte Schabi fortgelaufen sein? Ich weiß es nicht. Es ging ihm immer gut. Er war glücklich und zufrieden und hat sich nichts anmerken lassen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vorhin noch. Kurz bevor der erste Gast durch die Tür hereinkam und... Oh nein! Was ist? Ich weiß, warum Schabi fortgelaufen ist. Und zwar... Der Kammerjäger kam heute zum Frühstücken. Sie müssen wissen, Schabi hat ein gewisses Problem mit der Profession des Herrn. Dass seine ganze Sipp schafft bei einem schweren Vorfall mal... Nun ja, Sie wissen schon. Sie meinen, er ist die letzte überlebende Schabe gewesen, nachdem der Kammerjäger mal vorbeigekommen war? Psst! Sagen Sie das nicht so laut! Er redet nicht gerne darüber. Es ist ein schwieriges und heikles Thema. Schabi hat ihn also gesehen und ist dann weggelaufen? So muss es gewesen sein. Mein armer Schabi! Er muss sich fürchterlich erschrocken haben. Sein Trauma wurde bestimmt dadurch wachgerüttelt. Und kopflos ist er auf und davon. Dann ist er vermutlich nicht mehr hier im Restaurant. Davon gehe ich aus. Bitte finden Sie ihn! Wenn ich nur daran denke, dass er nun traurig und verstört irgendwo herumsitzt. Vielleicht sogar hinter einer schmutzigen Mülltonne. Kein schlechter Ort, um eine Schabe zu suchen. Es ist ein fürchterlicher Ort. Schabi ist immerhin eine Rennschabe. Nicht irgendein primitives Schmuddelinsekt. Schon gut, schon gut. Ich finde ihn. Keine Sorge. Bitte beeilen Sie sich. Er könnte in Gefahr sein. Ich bin schon unterwegs. Du hast erstes an die Mülltonne gedacht, ne? Das war der erste Gedanke. In der Mülltonne, in der Mülltonne, in der Mülltonne. Gut, suchen wir in der Mülltonne. Schabi! Moment. Schabi? Schabi? Schabe? Müll? Vielleicht finde ich den kleinen Kerl ja hier. Schabi! Psst! Schabi! Hey! Schabi! Wie sagt man so schön? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe genug im Müll herumgewühlt. Okay, Schabi ist nicht im Müll. Eine Pflanze hat die Möglichkeit genutzt und die Fassade erklommen. Hey, das klingt eigentlich richtig gut. Fass die. Sie sehen aus, als stecken sie tief im Boden. Ich glaube nicht. Hm. Die Frage ist natürlich, wie weit ist Schabi gelaufen? Hey, dieses Motiv habe ich schon. Es erinnert mich. Ufer oder Absicht? Hey, die ist äh. Hm. Okay, die Mülltonne war der Müllheimer, war echt die einzige Idee. Ah, ich habe schon wieder hinunter geschaut. Tief durchatmen. Tief durchatmen, Vio. Das wollte ich nicht. Ich hoffe. Äh. Wo könnte Schabi noch sein? Hm. Ich schaue nachher nur zu. Cool. Xabi? Xabi? Vielleicht in der Höhle. Ich. Ich. Bleibe lieber weg von dort. Ich habe keine Ahnung, was da drin wohnt. Ob da etwas wohnt. Okay. Schade. Aber Schabi könnte dort sein. Na gut. Fußballgex versteht Rau oder nicht? Nö. Auf gar keinen Fall. Shit. Entschuldigung. Hermann? Ey. Tu das. Kann Hermann nicht fragen, ob er Schabi gesehen hat. Ich habe Schabi gefunden. Schabi. Da bist du ja. Schabi? Schabi. Du wirst vermisst. Er scheint mich nicht hören zu wollen oder zu können. Ja. Nö, 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 nö. Kaogumi? Ich. Hab ich dich. Hey Schabi. Hey Schabi, du hast ganz schön viel durcheinander angestellt. Ganz ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Wie ausgezeichnet ist das denn? Zig mal dort und da war sie nie da. Sie ist ja auch jetzt erst bis dahin gekommen. Das hat er die ganze Zeit gebraucht, um dahin zu kommen, Joker. Ich habe Schabi gefunden. Wirklich? Schabi? Ich habe dich so vermittelt. Schabi? Schabi? Was hat sie nur mit dir gemacht? Was? Deine Beinchen. Deine winzigen, so wunderschönen flinken Beinchen. Er klebt fest. Sieh nur, wie er versucht, sich loszustrampeln. Oh nein, Schabi. Was hat sie nur mit dir gemacht? Wie konntest du nur? Ich, aber ich. So etwas Grausames. Sag mir nicht, dass das eines dieser scheußlichen, superklebrigen Kaugummis aus dem Antiquitätenladen ist. Also. Die sind so klebrig, dass selbst mein Urgroßvater, der vor 200 Jahren an der Küchenzeile damit kleben geblieben ist, immer noch dort festhängt. Uff. Das bekommst du niemals wieder weg. Ich, äh, ich schaff das. Keine Sorge. Keine Panik. Ich schaff das. Ich lass mir etwas einfallen und Schabi ist ruckzuck wieder frei. Du musst. Du musst. Lass dir irgendetwas Kluges einfallen. Haltet euch, Schabi. Gut. Nein. Nachher passiert Schabi noch was. Oder er bleibt für immer irgendwo kleben. Nein. Nachher. Nein. Mist. Mir runter. Nein. Nach. Nein. Nachher passiert Schabi noch was. Hey, Schabi. Du hast ganz schön viel durch. Nein. 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 Also ich glaube, jetzt habe ich alles aus dem Inventar probiert. So schon mal nicht. So auf jeden Fall schon mal nicht. Gut. Moment. Ich glaube, dass Schabi hier eigentlich wohnt. Zumindest ergeben einige Dinge damit nun endlich einen Sinn. Und ich kann das Ganze nur mit anderen Augen sehen. Das ist bestimmt Schabis Bett. Er mag es wohl kuschelig. Einigermaßen. Vielleicht eine Art Schüssel oder so. Benötigen Schabengeschirr? Man weiß es nicht. Das sieht aus wie ein Sitzkissen. Damit sitzt es sich an diesem Tisch. Sicherlich komfortabler. Ich kann es nicht fassen, dass ich das gerade über die Einrichtung einer Schabe sage. Ja, aber er hat es doch schön eingerichtet. Das ist wirklich ein Laufrad. Was meinte der Koch? Schabi ist eine Rennschabe. Vielleicht ist der Sprung in seiner Schüssel doch nicht ganz so groß und Schabi nutzt das Laufrad. Käse, glaube ich. Schabi scheint sich einen eigenen kleinen Vorrat aufbewahren zu wollen. Das ist vollkommen fein. Ein Buch. Für eine Schabe scheint Schabi sehr gebildet zu sein. Mhm. Das ist eine gebildete Rennschabe. Ich glaube, das ist eine Stoppuhr. Als Rennschabe will Schabi bestimmt seine Bestzeiten ab und an trainieren und prüfen. GG, Stammzellenforscherin. Vielleicht nutzt Schabi sie als kleine Lampe. Denkbar. Ich glaube, Schabi hat hier ein paar Sachen verstaut. Ich will nicht unbedingt in der Privatsphäre einer Schabe wühlen. Zumindest nicht mehr, als ich es ohnehin schon muss. Schabi scheint dort einige Trophäen aufzubewahren. Er muss eine wirklich gute Rennschabe sein. Ich wusste gar nicht, dass es für sowas auch Wettbewerbe gibt. Wobei, ich dachte auch nicht, dass Portale und fliegende Städte möglich seien. Ich weiß immer noch nicht, was das alles hier soll. Aber eins weiß ich genau. Ich will wieder zurück nach Hause. Ob Schabi den als Einrichtungsgegenstand haben wollen würde? Es wird doch nicht etwa jemand Schuhe für Schaben herstellen. Oder? Oder? Mann, weiß es nicht. So, können wir denn... Ganz vorsichtig? Das überlege ich mir besser nochmal. Nein. Das überlege ich mir... Gut. Ohne diese Schabe... Äh, Schabi... ...wird das Teil wohl niemals laufen. Wie kriegen wir jetzt die Schabe davon los? Wie muss sich Schabi von diesem verdammten Kaugummi befreien? Komm schon, Vio. Lass dir etwas einfallen. Ah! Nein. Nachher passiert Schabi... Bleibt er kleben? Ich will wieder neu auswählen. Das ist ein bisschen nervig. Nein. 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 Die Wiese ist hier mit der Zeit weggetrampelt worden und stattdessen ist eine Mischung aus Matsch und Erde zurückgeblieben. Ja. Nein. Äh. Nein. Schon wieder? Ha! Was nur, ich hab versehentlich in den Abgrund geguckt. Nochmal. Ich hätte vielleicht etwas besser aufpassen sollen. Oder einen weniger boshaften, unsichtbaren Schicksalslenker dabei haben sollen. Ja genau, das war an dich gerichtet. Also gut, komm. Wir tun so, als wäre das alles nicht passiert. What? 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 Ja, bedümmt's, nech? Ich wollte eigentlich nur da runter gehen. Nicht in den Abgrund gucken. Das war gar nicht meine... Meine Absicht. Wir stecken Schabi zum Fisch und der knabbert das vorsichtig ab. Nein. Nein. Nachher passiert Schabi noch was oder er bleibt für immer irgendwo kleben. Okay, wir stecken Schabi auf den Charaktors. Nein. Nein. Nachher passiert Schabi noch was oder er bleibt für immer irgendwo kleben. Äh... Hätte ich noch mal angucken, bringt mir eigentlich auch nichts, ne? Wir, äh... Zeigen ihr Schabi. Hast du eine Idee? Nein. Nachher passiert Schabi noch was oder... Nein. Hat sie... Hochwarte. Ne, neue Gesprächoption. Nein. Ich schaue nach uns. Haben wir hier irgendwas Neues? Nö. Na doch, die zerbrochene Feder. Aber was möchtest du damit? Ähm... Fischglas? Nein. Wozu? Schon mit dem Reiniger versucht? Natürlich. Das war das Erste, was ich versucht habe. Es sind Vögel auch Schaben. Denkbar, aber das will ich eigentlich nicht ausprobieren. Schabi in den Eimer. Griffel weg, war klar. Hermann, neue Gesprächsoption? Nein. Ich... Tu das! Blaugrüne Steine. Kleine blaugrüne Steine. Farbe variiert im Licht. Können wir dich da dran stopfen? Nein. Wir werden hier... Also das, äh... Nein. Nachher passiert Schabi noch. Juni, warte. Das ist wirklich... Hä? Da war er weg. Danke. Gerne. Nein. Ich habe nur so ein Gedanke. Zu... Zu... Äh... Rüttete... Nein. Kein Wasser, kein... Keine Idee. Hallo. Erzähl mir... Gern. Die Tinte... Motive... Ähm... Ja. Nö. Ich muss... Alles. Will ich dir die Schabe zeigen? Nein. Ne. Freut mich, wenn sie gefallen, Ingo. Da fehlen... Es fehlen gerade noch zwei, die kommen noch. Zeitnah. Zuntem. Ähm... Puh. Ähm... Ähm... Wo macht der die Nadeln sauber? Vermutlich in dem Vorhang, aber da darf ich nicht hin, das ist privater Bereich. Hier weiß ich, was ich brauche. Irgendeine neue Gesprächssituation? Ich? Natürlich. Na, wie wäre es mit Shabi? Nein. Exakt. Nein. Ach, geh weg. Ah. Wie kriegen wir denn jetzt Shabi von dem Ding ab? Also das Offensichtlichste wäre ja wirklich das Reinigungsgemäßen. Frei von Farb- oder Duftstoffen, verdampft schnell, rückstandsfrei, vielseitig einsetzbar im Haushalt oder als Reiniger, mit praktischem Ausgießer einfach zu dosieren, leicht mit Wasser zu mischen, fettlösendes Mittel, zwei Ausrufungszeichen, dieses Produkt kann ebenfalls zum Verdünnen oder Lösen von Farben, Lacken und Wachsen benutzt werden. Hm. Benutzung auf eigene Gefahr. Das hätte ich halt gerne benutzt, weißt du? Nein. Aber, nee. Strahlung. Wo soll ich denn jetzt Strahlung herkriegen? Coverage. Pause ist noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal was zu essen für die. Äh... Den Eimer stoppen kann ich ihn nicht. Wasser habe ich noch nicht. Schwierig. Schwierig. Echt? Hm... Wenn ich den Reiniger erst verdünnen, ist denkbar, aber ich kriege nirgendwo Wasser her. Ich darf den Eimer nicht anfassen. Ich darf den Eimer nicht anfassen. Im Brunnen ist aber kein Wasser, Blattkeit. War auch ewig kein Wasser mehr, laut Dialog. Und die Schüssel? Was soll mit der sein? Die ist leer. Okay. Also ich darf die Schale nicht an dem Eimer benutzen. Der Eimer ist heilig. Ich darf die Schale nicht am Goldfischglas benutzen, wo auch noch Wasser wäre. Das sind die zwei Stellen, wo es Wasser gibt. Nein. Nachher passiert Charby noch was. Oder er bleibt für immer irgendwo kleben. Nope. Nein. Nein. Nö. Filz. Nein. Nein. An den seltsamen Baum kleben. Nein. Warum auch immer wir das tun sollten. An die seltsame Pflanze kleben. Nein. Nein. Das ist wirklich glück gemacht. Aha. Das klingt nicht gut. Mit Sand von den Steinen der Wege abgekratzt. Mit Sand von den Steinen der Wege. Nanook, irgendetwas schmatzt in meiner Jackentasche. Charby, du hast dich befreit. Hast du etwa den ganzen Kaugummi aufgefressen? Oh, super. Gut gemacht. Du hast uns beide echt gerettet. Oh, Alter. Oh, wie mies. Oh, das ist einfach nur Zeit. Oh, ist das fies. Boah, das ist ja heavy. Befreite Schabe, glückliche Schabe. Nicht wahr? Ganz toll, Charby. Ganz, ganz toll. Okay. Ja, bei dem einen Ding in Deponia, wo man ausmachen musste. Ja, das sind immer so Sachen. Man muss halt erst mal drauf kommen, ne? So, gut. Charby geht's fantastisch. Zeit oder bestimmte Anzahl von Bilder wechseln. Charby ist wieder frei. Fantastisch. Ich habe gerne geholfen. Es freut mich, dass Charby wieder zu Hause ist. Obwohl ich den kleinen Kerl irgendwie vermissen werde. So, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten, wo jetzt was da von ihm kommt. Also erst mal nehmen wir den Toter ans Klauen. Ein Buch. Sicherlich ein Gästebuch. Soweit ich es von hier aus sehen kann, wird es entweder länger nicht gepflegt oder das Restaurant bekommt nicht ganz so viele Besucher. Es hat sich eine Staubschicht darauf gebildet. Oh, ich möchte gerne reinschreiben. Darf ich? Ähm, nein. Wozu? Wow. Ähm. Dann halt nicht. Eine Schale mit Obst. Sieht echt aus. Oder jemand war besucht. Ja, mitnehmen. Los. Ähm. Nein. Obst. 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 Ein Stock. Er sieht nicht besonders stabil aus. Schade. Ich dachte, da kommt nur... Warte. Obst. Ein Stein. Obst. Ein Stein. Obst. Ein Stein. Ein Stein. Obst. Ein Stein. Obst. Ein Stein. Obst. Ein Stein. Obst. Eine Schale. Obst. Ein Stein. Obst. Ein Troutan. Er sieht frisch zubereitet aus. Durch solche Sachen kannst du das mit der Schabe verdienen. Was? Wieso? So. Okay. Haben wir. Achso, halt. Warte. Können wir Musik machen? Schabi scheint glücklich und zufrieden in seinem Laufrad zu sein. Hm. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, um das Teil mal auszuprobieren. Tachchen, schuldigen. Ja, bitte. Schabi scheint glücklich. Ich würde ja gern. Können wir? Schabi scheint glücklich und zufrieden. König. König? König? Was ist da los? Muss ich mit ihm reden? Ähm. Ah. Ja. Ob Schaben einen Dien haben? Denkt man. Was doch? Okay, wir können es jetzt nicht ausprobieren. Dann probieren wir es jetzt nicht. Oh, nee. Nicht wieder den Abgrund anklicken. Das ist immer ganz schwierig. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir ihm vielleicht den Troutan geben können. Na, wenn das mal nicht ein fetter Vogel für Betty wäre. Ein Troutan? Für was hältst du diese Vögel? Monster? Okay. Willst du es mal mit Obst probieren? Mögen die Vögel Obst? Vielleicht kann man sie damit anlocken. Obst? Ha! Wer angelt schon mit Obst? Mit was will er denn dann angeln? Kann ich ihm vielleicht Samen geben? Nein. Okay, das ist es nicht. Lassen wir das. Jungs, Hunger? Ich habe hier so einen Troutan. Zeit für eine Pause. Ich habe euch etwas mitgebracht. Wow. Ist das etwa einer der Truthähne von dem Restaurant oben? Jep. Hast du das gehört, Ben? Zeit für eine Pause. Pause. Das ist echt nett von dir. Man könnte fast meinen, das wäre nur ein Vorwand und du führst irgendetwas im Schilder. Was? Ne. Nein, nein. Ich finde einfach, dass ihr euch eine Pause wirklich verdient habt. Danke. Du bist wirklich klasse. Danke. Also los, Ben. Lass uns was essen. Essen. Scheint, als wären sie fürs Erste mit etwas anderem beschäftigt. Schön. Der Farbeimer. Sehr gut. Wir haben einen Farbeimer. Ein Farbeimer. Fantastisch. Können wir den reinigen? Ähm. Nein. Wozu auch? Ist klar. Ähm. Der Bauzeug. Ich muss zugeben, dass... Ja. Okay. Eine Abdeckung aus Holz. Ich denke... Ich weiß nicht. Ja. Ich wüsste nicht, warum wir daran was machen sollten. Ähm. Der Erdhaufen. Ein Haufen Erde. Wohl der Aushub der Baustelle. Ja. Können wir hier den Stein mitnehmen? Nein. Hier reicht der Stein. Kann ich die Schaufel nehmen? Auf dem Erdhaufen steckt eine Schaufel. Im Moment scheint sie nicht benutzt zu werden. Ah. Meine Schaufel. Ja, Mann. Kann ich jetzt die Blumen hier reinstopfen? Ähm. Nein. Wozu auch? Ja. Sehe ich ähnlich. Kann ich die Samen hier reinstopfen? Ähm. Nein. Okay. Cool. Die Schaufel ist aber super. Mit der Schaufel. Zum Restaurant. Zu den Steinen. Und die wegbuddeln. Warum auch immer wir das tun sollten. Ich glaube nicht, dass der Restaurantbesitzer glücklich darüber wäre. Was? Aber, aber. Sie sehen aus, als stecken sie tief im Boden. Ich glaube nicht, dass ich sie einfach hinausziehen könnte. Aber, aber. Dafür doch die Schaufel. What? Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Vielleicht versuche ich es besser woanders. Okay. Das ist okay. Wir können sie ja im Blumenkasten auch wieder, aber das ist eigentlich, hm. Aber sie hat ja was von umgraben, umschaufeln hier gesagt. Ich glaube, der Besitzer hätte etwas dagegen, wenn ich den Blumenkasten umgraben würde. Es muss eine bessere Stelle geben. Gut, dann auch das nicht. Wir einfach den Baum rausreißen. Nein. Gut, dann fällt mir noch die Stelle im Wald ein. Ja. Dort so. Hallo. Musst du genau treffen. Schwierig. Die Erde war ganz schön trocken. Huch. Beim Graben habe ich etwas gefunden. Sieht wie eine kleine Schatzkiste aus. Hm. Würmer. Würmer. Ah. Tanzende, windende, gabelige Würmer. Als ich klein war, fand ich die so süß, dass ich sie am liebsten mit nach Hause genommen hätte. Heute könnte ich darauf verzichten. Sieht wie eine kleine Schatzkiste aus. Können wir die nicht auf? Ah, nee, die muss zum Fisch. Die kommt zum Fisch. Gut. Können wir Würmer mitnehmen? Kommt her, ihr wabbeligen Würmer. Schnell. Ohne hinschauen. Nice. Ich kann spüren, wie sie in der Tasche wabbeln. Schön ist das. Schön. Würmer. Tanzende, windende, wabbelige Würmer. Schön ist das. Können wir die hier einpflanzen? Das scheint ein guter Platz für ein paar Blumensamen zu sein. Fantastisch. Gut. Irgendwas fehlt da noch. Ja, höchstwahrscheinlich Wasser. Wasser wäre vermutlich noch eine gute Idee. Und Dünger tatsächlich eigentlich. Können wir ja Obst draufschmeißen. Nö, wozu auch? Okay. Schaschlik-Soße. Keine schlechte Idee, aber das ist nicht ganz das Richtige. Schade. Aber ich dachte fast, ne? Nee, Schaschlik-Soße wäre doch bestimmt als Dünger ideal. Nein? Na gut. Dann, äh... Schaschlik-Soße und Obst. Das überlege ich mir, das an. Nein. Gut. Dann, äh, zurück. Wir wissen, wofür wir die Würmer brauchen. So, wir geben ihm die Würmer. Nein, das sind zerbrochene Federn. Die Würmer. Ich habe ein paar Würmer. Vielleicht lassen sich die Vögel damit angeln. Würmer? Gib schon her. Lass uns das mal probieren. Diese Bieste. Es scheint, als hätten sie keinen Appetit darauf. Was? Was ist da los? Würmer mit Schaschlik-Soße. Mal sehen, ob das hilft. Alles ist besser mit Schaschlik-Soße. Oder so. Lass uns diese Würmer mal versuchen. Vielleicht klappt es dann besser. Was hast du mit denen denn angestellt? Die kleben ja fürchterlich. Oh. Oh. Oh, wie schön. Guck. Okay, Fischfutter. Nein. Jetzt aber. Kleber. Eine kleine Flasche mit Kleber. So, wie man sie benutzt, wenn man künstliche Nägel auftragen möchte. Meins. Eine kleine Flasche mit Kleber. Ja. Fantastisch. Ein leeres Glas. Sieht sauber aus. Sehr gut. Eine Nagelfeile. Ich kann nichts Besonderes an ihr erkennen. Moin, Herr Rossi. Ein kleiner Sofatisch, Brut, dass ich nicht die... Ja. Nein, ich möchte sie nicht nehmen oder durchsuchen. Das fühlt sich nicht richtig an. Na du? Grrrr. 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 Die ist ganz brav. Nein. Gut. Ich hätte hier noch so eine Schatzkiste. Wunderschön. Das sieht schon besser aus. Ob da noch mehr hineinpasst? Ja, so langsam muss ich aber wirklich nicht mehr... Ich meine, viel... Also, nee. Oh, was ist das? Ach, die Nagelfeile. Ja. Können wir jetzt ein bisschen Wasser haben? Ich kann dem armen Fisch doch nicht auch noch... Nein. Aber wir können ja von draußen das Wasser holen. Das ist okay, I guess. Nicht das Guren zum Stream-Ende? Na, bald. Doch. Das kommt auch bald. Ist ja schon spät tatsächlich. Warte. Aber erstmal hier Glas. Geil. Da jetzt die Reinigungstablette rein. Geil. Ein Glas mit Wasser. Ja, und der Reinigungstablette, ne? Möchte ich mal. So. Und jetzt, da rein. Und ihr bringen. Ich habe etwas gefunden. Sie wissen schon. Für ihre Zähne. Zum Reinigen. Ach, Kindchen. Das ist ja wunderbar. Dankeschön. Du bist wirklich ein Schatz. Ein richtiger Schluck Obstprickler wäre jetzt genau das Richtige zum Abrunden. Obstprickler. Du willst doch nicht einer armen alten Dame ihre Zähne stehlen. Doch. Ich? Nein, natürlich nicht. Das überlege ich mir besser nochmal. Obst. Oh, noch mehr essen? Nicht für mich. Ich bin satt. Dankeschön. Was meinten sie? Was würde ihnen noch fehlen? Ein richtiger Schluck Obstprickler wäre jetzt genau das Richtige zum Abrunden. Was ist denn Obstprickler? Gerde. Ähm, Entschuldigung. Ein Doppel. Schnaps. Danke. Ich brauche im Moment nichts. Was doch? Einfach Bescheid sagen. Ich brauche den Schnaps. Das überlege ich mir besser nochmal. Nein. Okay. Ähm. Nein. Soll ich denn jetzt den Schnaps herkriegen? Ähm. 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 Ich weiß auch. Ähm. Gibt's ja nicht. Okay. Äh. Halt. Ich habe noch eine Idee. Richtig Gießkanne. Eine kleine Gießkanne. Nein. Ich kann eine. Nein. Okay. Können wir mit der Schale etwas Wasser nehmen? Ähm. Nein. Nein. Können wir den Eimer generell nehmen? Der Angler hat seinen Eimer mit Wasser zurückgelassen. Ja. Den braucht er vermutlich nicht mehr. Hey. Am Boden des Eimers ist was. Ugh. Seetang? Er muss echt lange hier gesessen haben. Den braucht er nicht mehr. Wir haben Seetang. Seetang. Welche mit Seetang? Hm. Es muss... Ähm. Nein. Wozu? Ich will Wasser. Was ist denn das für eine Frage? Wozu? Ich will einfach nur Wasser mitnehmen. Den braucht er vermutlich. Okay. Alles Weitere. Dann beim nächsten Mal. Das machen wir noch. Ja, natürlich. Das ist ja so obvious. Warte. Das machen wir noch. Das, Entschuldigung. Das ist halt so obvious, dass ihr... Ein Traum eines Fisches. Wer hätte gedacht, dass all der Kram dort hineinpasst? Der Traum eines Fisches. So. Aus irgendeinem Grund fehlt gerade die Dings. Der Traum eines Fisches. Ach, jetzt da ist es. Wer hätte gedacht, dass all der Kram dort hineinpasst? Ja, Fisch jetzt happy oder was? Aber warum wir das... Also, das ist einfach nur, um es da reinzustopfen, ne? Das hatte jetzt keinen Mehrwert. Das haben wir einfach nur gemacht, damit der Fisch sich nicht mehr so einsam fühlt und was hat. Ja. Okay. Ein Kerzenleuchter mit zwei Kerzen. Nö, schade. Hätte ja auch sein können. Gut. Ich speichere es hier. Gibt Erfolge. Ah. Das. Das erklärt es natürlich. Speichern. Das wird wohl der Grund sein. So, das war sehr schön. Ach, das war bis hierher schon sehr, sehr, sehr schön. Aber für heute ist das mal Feierabend.